Aufnahme. Läuft. Tee und Kaffee? Ich habe hier Wasser, weil es doch ziemlich warm ist heute. Ja, es geht. Das ist eigentlich recht angenehm. Na, ich habe noch ein kleines bisschen Tee, dann müssen wir nachher mal eine kurze Pause machen. Tee nachfüllen, nachtanken. Genau. Ist das Handy auf stumm geschalten? Ja, es sollte keinen Mucks von sich geben. Und ich glaube, auch alle anderen elektronischen Geräte hat ja mittlerweile einige, die so Töne von sich geben wollen. Muss immer aufpassen. Zum Glück machen wir nur Tonaufnahmen und keine Videoaufnahmen, sonst müssten wir auch noch nach LEDs und sowas. So eine Hose anziehen. Schlimm, ne? Wobei, ich habe ja gehört, im Fernsehen haben die nicht unbedingt eine Hose an. Ja, ich denke, Tagesschau-Moderator, die können auch eine Badehose moderieren. Genau. Ist der Karl da? Karl? Hallo? Karl? 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown Podcast, Folge 52. Der Kesselbuntes, der Raumfahrt-Podcast. Ich begrüße meinen Mitmoderator, den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. und was wir gemerkt haben zur letzten Folge hin ist, dass dieses Wir bedanken uns bei unseren Unterstützer und Unterstützerinnen am Anfang hat sehr viel gebracht, weil es sind noch einige neue Patroninnen und Patronen hinzugekommen. Und wenn ihr jetzt auch neu dazugekommen seid oder mal in letzter Zeit auf unserer Patreon-Seite wart, dann habt ihr gesehen, dass ich da so ein bisschen was umgebaut habe. Ich habe das nämlich, war ja früher so ein Kombiding für alle meine Podcasts, die ich mache und jetzt habe ich das quasi auf nur Countdown gestellt, weil effektiv auch nur Leute da waren, die für den Countdown-Podcast oder vom Countdown-Podcast gekommen sind. Von dem her ist das jetzt alles einheitlicher. Ich überlege noch, ob ich für die anderen dann quasi ein zweites Patreon aufsetze. Aber erstmal generell herzlichen Dank. Es sind einigen dazugekommen. Wir haben jetzt auch schon unseren zweiten Milestone erreicht, nämlich dass wir allen Diensten, die wir benutzen, einen angemessenen Beitrag zahlen. Was das bedeutet, das habe ich in den Text nochmal sehr genau aufgeschlüsselt. Also wir versuchen da auch möglichst transparent mit den Kosten zu sein. Ja und alles, was jetzt quasi darüber hinaus reinkommt, das wird uns dann helfen, diesen Podcast noch mobiler und aufregender zu machen. Also jetzt ist quasi zweite Stufe, beyond der wöchentlichen Sendung. Genau, wenn ihr Patreon-Unterstützer seid, dann solltet ihr jetzt auch schon ein Interview mit Sebastian Marcou in eurem Podcatcher haben. Nämlich zu Bacon Space, einer Firma, die Brot im Weltraum backen will. Und auch die ganz normalen Hörerinnen und Hörer sollten das die Tage in ihrem Podcatcher wiederfinden. Genau und wir machen das jetzt einfach weiter, dass wir jetzt, und das habe ich natürlich die Seite zugemacht, die Patroninnen und Patronen vorlesen, die uns unterstützen. Frank, es klingt so, als würdest du das sagen wollen. Ja, weil ich überhaupt nichts sagen kann, weil im Allgemeinen macht das alles der Christopher. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er mir diese Arbeit abnimmt. Ja, genau, also fangen wir von vorne an. Da haben wir den Eikel, den Sebi, den Nietzsche Bua, den Steffen, den Martin, Torben, 19 Grad, der, oder die Raw Iroh, das ist immer ein komplizierter Name mit zwei R und einem W, Rominger, Telegnom, Niklas, Markus, Sebastian, Manuel, Hori, Thomas, Ronald, Jochen und Johannes. Also ich habe gemerkt, die Liste ist etwas länger geworden. Also natürlich allen Leuten, die uns auch nichts geben können, aber uns dafür Kommentare oder sonstige Sachen schreiben, sehr dankbar. Und da wir jetzt die letzte Folge Patreon gepusht haben, möchten wir jetzt diese Folge etwas anderes pushen, nämlich iTunes. Da könnt ihr mal wieder Rezensionen schreiben, wenn ihr lustig seid. Das hat noch auch eine lange Zeit niemand gemacht. Und Apple ist ja gerade so ein bisschen am Umbauen der ganzen Podcasting-Struktur. Also wenn ihr, glaube ich, ab iOS 11, was im Herbst rauskommen sollt, uns über die von Apple gebaute Podcast-App hören sollt, dann haben wir da auch bessere Insights. Also wir sehen dann, ab welcher Minute ihr dann wieder ausgemacht habt. Und solche Sachen, also das wird dann nochmal ganz tief, können wir sehen, wie viele Leute uns wirklich zu Ende hören. So wie es bei YouTube auch schon ist. Genau. Was dann meistens ernüchternd ist. Bei YouTube zumindest. Ja, ja, gut. Ist ja jedem selber überlassen, wie lange er es hört. Genau. Ich weiß gar nicht, ob. Wir fesseln niemanden physisch an den Podcast. Ja, wir hoffen durch Interesse zu fesseln. Genau. Genau, das war das Unterstützer-Segment. Über Paypal ist diesmal nichts reingekommen. Und bei Flatter ist es halt so doof, da sieht man halt nicht, wer da flattert. Aber ja, es tröpfelt immer noch ein bisschen auf, wenn es sich stark nachgelassen hat in den letzten Jahren. Gerade über Podcast Addict, also ein Podcatcher, der dann auch mit automatisierten Flatter arbeitet, kommt da noch einiges rein. Gut, das war der Supporter-Dank. Kommen wir zum Feedback. Und da gab es einige Kommentare nicht zur letzten Folge. Auch, aber die waren mehr technischer Meta-Natur. Aber zur verletzten Folge, nämlich der 50., hat einmal der Aaron kommentiert, der es sehr gefreut hat, dass wir, wir hatten glaube ich darüber gesprochen, dass wir mal ein generelles Segment über russische Oberstufen von Raketen machen wollen. Ja, muss ich irgendwann mal vorbereiten. Vielleicht nächste oder übernächste Stufe, äh, Stufe, sag ich. Nächste Folge oder übernächste Folge. Ich muss mal schauen. Heute ist es erstmal die, ist es erstmal die indische Raumfahrt. Und mal gucken, was als nächstes kommt, ist sehr gut möglich. Genau, schlägt da auch einige vor und auch diese Mischung der, der verschiedenen Treibstoffe, die dann im Grunde zu ganz unterschiedlichen Flugprofilen führen. Und, ähm, dann hat auch noch unter die gleiche Folge der Sebastian kommentiert, ähm, hat dann gleich mehrere physikalische Formeln hingeschrieben. Deswegen überlasse ich mal die Frage dem Frank. Ja, es geht ihm nochmal um die Frage, ähm, warum es sich lohnt, möglichst leichtes Gas aufzuheizen. Okay, Kontext. Äh, wir hatten darüber gesprochen, dass man mit einem Kernreaktor, äh, Gase aufheizen kann und damit ein Raketentriebwerk bauen kann. Und er hat geschrieben, dass er irgendetwas nicht ganz verstanden hat, weil er glaubt, dass es eigentlich egal sein sollte, was, wie schwer die Gasteilchen sind, die am Ende, äh, den Treibstoff ausmachen. Ja, es geht ihm ja darum, dass ihm eigentlich, äh, doch, äh, also nach seiner Rechnung möglichst schwer sein sollten, um effektiv zu sein. Ja, also das, das Problem ist einfach, die Energie pro Teilchen ist die Temperatur. So heißen, bei der Temperatur, also bei der höchstmöglichen Temperatur, die man schon hat, äh, die man, die der Kernreaktor aushält, ohne dass er selbst verdampft oder so, äh, hat man halt, ja, ist halt so das Maximum erreicht. So heißen die, äh, die maximal mögliche Energie eines Teilchens ist begrenzt. Und, äh, ja, da, da liegt praktisch der Hase im Pfeffer. Ähm, wenn man jetzt ein schweres Teilchen hat, dann, äh, kann das halt nur eine bestimmte Menge an Energie haben und kann nicht die gleichen Geschwindigkeiten erreichen wie ein leichteres Teilchen. Mhm. Und, ja, das ist, das ist praktisch alles. Also, ähm, es ist, es ist wirklich einfach nur so, das ist halt diese Grenze, also die, die, die Energie pro Teilchen ist, ist halt genau die, äh, Weil, was, durch was wird das begrenzt? Durch die maximal mögliche Temperatur, die der Kernreaktor aushalten kann. Ohne, dass er selber in die Luft geht? Ohne, dass er schmilzt oder sich sonst wie zersetzt. Also die klassische Kernschmilze? Äh, ja, zum Beispiel, äh, wobei ich gar nicht weiß, ob diese keramischen Dinger überhaupt, äh, überhaupt schmelzen oder sich direkt, oder dann direkt sublimieren oder so, äh, oder irgendwie sich chemisch zersetzen oder sonst so. Also man könnte dem, man könnte einem sehr schweren Teilchen gar nicht so viel Energie mitgeben, wie es aufnehmen kann. Von dem her macht das gar keinen Sinn, was schwereres zu nehmen. Äh, ja, also man, man kann denen halt nur eine bestimmte Menge X an Energie mitgeben. Und dann, damit ist halt schon irgendwie alles, alles festgelegt, ne, die, die Energie ist festgelegt. Und, äh, wenn man dann mehr Geschwindigkeit haben will, dann muss man ein möglichst leichtes Teilchen haben. Okay. Fertig. Gut, ich hoffe, Sebastian, wir haben deine Frage beantwortet. Übrigens, äh, es gab durchaus auch mal Versuche, auch praktische Versuche, äh, mit niedrigen Temperaturen, die praktischen Versuche, ähm, dass man einen Kernreaktor mit gasförmigen, äh, Brennelementen sozusagen bauen wollte. Weil du kannst ja, du kannst ja so ein Gas irgendwie dir besorgen aus Uran, ne, macht man ja bei der Gaszentrifuge, indem man, äh, das Uran halt praktisch mit, 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 mit Flusssäure reagieren lässt und dann, äh, Uranhexaflorid herausbekommt. Äh, äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt nur Flusssäure ist oder ob die noch ein bisschen andere Tricks brauchen. Aber jedenfalls hat man Uranhexaflorid, was halt so ein Gas werden kann bei 50, 60 Grad oder so. Mhm. Und hat sich gesagt, hey, wir machen daraus einen Kernreaktor und irgendwie hatten ja das hingekriegt, dass die das praktisch in einer Blase, äh, in einem, in dem Luftstrom, äh, irgendwie, halt in einem ganz bestimmten Bereich halt nur dieses Uranhexaflorid, äh, hatten und, äh, ringsrum halt, also, war kein Luftstrom, war ein Gasstrom, und, äh, ringsrum halt, äh, Wasserstoff hatten, der dann von dem Gas aufgeheizt wurde. Irgend so was. Also, äh, das, das hat man tatsächlich mal gemacht und wollte daraus dann irgendwie auch mal einen, äh, Nuklearantrieb machen, äh, fiel mir jetzt gerade ein. Deswegen, äh, bin ich etwas schwammig, was die Details angeht. Jetzt gerade bei dem, jetzt in dem Moment bei dem Thema, äh, fiel mir das wieder ein. Nee, nee, ist ja, hast ja, ist auch, wird ja auch nicht vor dir erwartet. Aber, sehr interessant. Der, äh, Sebastian meinte dann auch noch, ähm, wir hätten bei der Aufzählung, ähm, der Wüsten, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext wir das gemacht haben, auf jeden Fall in Folge 50 haben wir anscheinend die Wüsten aufgezählt und er meinte, es gibt natürlich auch eine Wüste in Deutschland, die Liebe-Rosa-Wüste, ähm, bei Cottbus, wo der Frank ja lange gewohnt hat, aber dann doch nicht dort war. Zumindest nicht in der Wüste, nein. Also, ja, schon, die dadurch entstanden ist, dass es mal 43 dort einen großen Waldbrand gab und danach dann, wie man vielleicht weiß, Krieg war oder währenddessen Krieg war und danach hatten die Sowjets dort lange einen, äh, Truppenübungsplatz und sind dann halbstständig mit den Panzern über die, diese verbrannte Fläche gefahren, was, ähm, einfach dazu geführt hat, dass da nie wieder, weil das nachgewachsen ist, diese Samenbank, also, weil sie das natürlich... Nicht nie, sondern, äh, erst sehr viel später, also, heutzutage wächst dann wieder was nach. Genau, äh, ja, also, wer, wer unsere Diskussion darüber hören will, der muss Patrick sein, weil dann bekommt man auch das Vorgespräch und, äh, dort, äh, diskutieren wir etwas hitzig darüber, ob man die jetzt wieder besiedeln, äh, also, äh, nachwachsen lassen sollte oder erhalten sollte als historisches Objekt. Genau, ähm, dann haben wir noch zwei Sachen über Twitter reinbekommen, äh, die letzten Wochen, nämlich einmal vom, äh, Telegnom, äh, der meinte, dass, ähm, also, wir hatten ja letzte Folge über das, über die Definition, also, bei der, ich glaube, bei der Parker Solar Probe war das, also, dieses Apo, äh, Sol und, äh, Peri Sol hatten wir es, glaube ich, damals genannt. Ich weiß es nicht mehr, Perihel, Apohel. Genau, und. Es klingt mir, es klingt so, so vertraut, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich da damals gesagt habe. Genau, und, ähm, 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 er meinte halt, dass es eigentlich Apohel und Perihel heißt und, äh, das macht natürlich auch viel mehr Sinn, weil, äh, Sol ist ja der lateinische Begriff für Sonne und Helios der griechische und Peri und Apo sind griechische Begriffe, also, sollte da griechische Latein nicht durcheinander bringen, gibt es ja noch mehr so, glaube ich, ähm, Ähm, Homosexualität, irgendwie so ein, so, irgendwie so ein, so ein, so ein Genderbegriff, der auch diese Mischung von lateinisch und griechischen Buchstaben benutzt, äh, Wörter benutzt und, ähm, genau, also, ähm, kann man sich merken, Apohel ist, äh, obendrauf, also, äh, ist der höchste Punkt und Peri, äh, wie im Englischen Parish, äh, also untergehen ist der tiefste Punkt und, ähm, dann sprechend Erde ist es halt, Geum, also Apogeum und Perigeum und, äh, Sonne ist dann Helios, also Apohelius, äh, Apohel und Perihel, äh, gibt es noch Aposelin und, äh, Periselin, das ist halt dann, wenn man sich schon denken kann, Mond und dann, äh, halt, äh, Astron, Galacticum, Jovum, Ares, ah, also bei Mars heißt es, äh, Apo, Ares und Peri-Ares, ähm, da bringt man auch wieder Latein und Griechisch durcheinander, okay. Jo. Also, das vom Telegonom und dann noch letzte Feedback vom, ja, ich weiß es, ich weiß es, es muss irgendwie Listen geben von Wörtern, die halt, äh, die halt Griechisch und Latein mischen, aber ich hab's, ich find keine. Es muss welche geben, vielleicht, äh, schreibt die mal in die Kommentare, wenn jemand eine haben sollte, es wäre sicherlich mal ganz lustig, sich das anzugucken. Genau, und dann haben wir noch vom lieben Kompert, dem André, ähm, den Hinweis bekommen, äh, während Frank das letzte Mal über Photovoltaik geredet hat, hat er von Lichtteilchen gesprochen, aber da, wie wir sicher alle wissen, Lichtteilchen eine Welleteilchendualität besitzen, also, ähm, Teilchen sind, die sich wie Wellen verhalten und umgekehrt, ähm, 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 kann man nicht so wirklich von Lichtteilchen sprechen, weil sie auch Lichtwellen sind, aber man sich da nicht so sicher ist, und er schlägt dann, äh, die, die Neologismen Weilchen oder Tellen vor. Ähm, ich glaub, das müssen wir nochmal mit Einstein abklären, aber wir werden das jetzt für die... Naja, mit Einstein, mit Einstein nicht so sehr, aber, aber irgendwie mit den anderen Physikern. Genau, ähm, also wenn der Frank das nächste Mal mit dem Physiker redet, vielleicht können wir das so, so Guerilla-Marketing-mäßig durchsetzen. Ja, äh, in der Zwischenzeit, äh, hab ich dann aber noch einen Konflikt mit Schrödingers Katze. Genau. Ähm, ja, das war das Feedback, äh, wir danken uns, das kam diesmal recht viel rein, auch zu folgen, äh, quasi schon zu der Folge davor, äh, das ist immer sehr schön, wenn auch, also quasi Leute da, ähm, auch die noch hören, die folgen, ähm, äh, genau, also schreibt uns weiter Kommentare zu allen möglichen Themen, wir versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, äh, äh, ich glaube ohne, ohne Gottes Hilfe, also nicht so wahr uns Gott helfe. Ähm, und wir kommen jetzt zu unserem ersten großen Thema, äh, was diesmal der, wie weniger verwunden wird, der Frank vorbereitet hat, nämlich einen, äh, Überblick über die indische Raumfahrt. Ja, Grund war natürlich, äh, dass wir in der letzten Folge so halb verpasst haben, äh, oder ich, äh, bei der Vorbereitung es nicht geschafft habe, mir den Start der neuen indischen GSLV Mark III anzuschauen, habe ich natürlich inzwischen seit nachgeholt, äh, nachgeholt, äh, so richtig viele gute Bilder gab's davon leider nicht, aber trotzdem schön gewesen, dass es geklappt hat, ist ja jetzt die erste indische Rakete, die, ähm, ja, größere und schwerere Satelliten, äh, in einen geostationären Übergangsorbit, äh, bringen kann, also, bisher hatten die ja bloß die PSLV, die ein bisschen mehr als eine Tonne dahin bringen konnte, und die GSLV, die so ungefähr zwei Tonnen dahin bringen konnte, und jetzt schaffen sie es immerhin auf vier Tonnen, mit einer Rakete, die, naja, reichlich 600 Tonnen beim Start wiegt und, äh, damit fast schon in Regionen von einer Ariane 5 kommt, äh, allerdings nur beim Startgewicht, nicht ganz bei der, bei der Leistung. Also, Ariane 5 war auch am Anfang fast doppelt so, hat, also hat er auch am Anfang fast doppelt so viel Nutzlast, liegt natürlich auch an der, an der verwendeten Technik einfach. Also, die, die Inder haben nur in der letzten Stufe Wasserstoff benutzt, während, äh, ja, die Ariane 5 natürlich auch schon in der Hauptstufe Wasserstofftriebwerke benutzt, aber die eigentliche Frage ist natürlich, äh, Mensch, wie, wie ist es dazu gekommen, äh, wie, wieso, wieso sind, wieso gibt es Inder im Weltraum, äh, so ein bisschen wie Schweine im Weltraum, Oh, das kann, da kann uns jemand wieder einen Trick draus stehen, also in der Sinne. Ja, okay, nein, äh, äh, nein, das, das ging jetzt darauf zurück, weil ich hatte irgendwann mal ein, äh, äh, ein, äh, Dingens, ein Blogartikel geschrieben, äh, mit der Überschrift Schweizer im Weltraum. Und das ist, äh, und da hat irgendwer geantwortet, äh, Schwein im Weltraum. Schweizer im Weltraum. Ja, da war auch mal was, das sind ja auch irgendwie, die haben ja auch ihre eigenen Millionäre, also verwundet damit. Ja, äh, äh, naja, es gibt ja diese Ruag, die, die Nutzlastverkleidung für die Atlas-Rakete und sowas. Ja, aber die produziert nicht mehr in der Schweiz. Haben wir darüber berichtet. Ja, aber es ist eine, es ist halt eine Schweizer Firma und, äh, die hatten halt auch irgendwann zwischendurch mal vor, in eine eigene, wiederverwendbares Raumschiff, das von, also ein eigenes Trägersystem, das von einem Flugzeug ausstatten sollte, zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist auch schon wieder flachgefallen zwischenzeitlich. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich von das gehört. Ja, ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich das irgendwo mal gelesen habe. Äh, ja. Aber es geht jetzt um die Inder. Genau. Ähm, und, äh, ich, ich mach mal einen Spoiler gleich am Anfang, weil es gibt eine wunderschöne Quelle dazu, woher die Inder ihre, äh, ihre Raketentechnik haben. Und der Spoiler ist, äh, wo, äh, wo diese Quelle herkommt. Und das ist nämlich das Bulletin of the Atomic Scientists. Da, wo auch immer die Atomohr veröffentlicht wird, oder? Äh, ich glaube. Ja. Ist nicht sogar auf dem Cover? Genau, die ist auf dem, auf dem Cover, glaube ich, sogar drauf. Jo. Ähm, ja. Und, äh, damit ist eigentlich schon klar, worauf das jetzt, das folgt, das nun folgend hinausläuft. Von wann ist denn der, von wann ist denn diese Ausgabe steht hier gar nicht? Äh, November 89. Ah, okay. Also, bisschen älter, aber, äh, es, es zeigt ganz gut die, die Anfänge des Ganzen. Und, äh, ja, die, die, die Anfänge sind, äh, sind halt einfach so, äh, dass 1969 wurde, glaube ich, die ISRO gegründet. Also, die, äh, indische Raumfahrtagentur. Also, äh, Indian Space Research Organization, heißt das ausgeschrieben, ISRO. Genau. Die entstand allerdings 1969 erst, äh, aus dem Indian National Committee for Space Research, INCUSPAR. Ähm, und das wiederum war eine Ausgründung von, äh, einem anderen indischen, äh, 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 Regierungszweig. Welches könnte das wohl gewesen sein? Lass mich kurz raten, äh, Atomenergie. Richtig, das Department of Atomic Energy, äh, hat 1962 dieses Indian National Committee for Space Research ausgegründet. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Äh, ein Schelm, der Böses dabei denkt, als die Inde bei der NASA nachgefragt haben, einige Zeit später, ob man nicht vielleicht eine, äh, Kooperation mit denen machen könnte. Und, äh, die vielleicht von denen eine Pegasus-Rakete bekommen können. Ne, eine, äh, pardon, nicht eine Pegasus, eine Scout-Träger-Rakete. So 1965 war das halt die, die Frage, äh, äh, könnt ihr euch könnt ihr uns da aushelfen, äh, ihr bringt uns eine Scout-Träger-Rakete und dann haben wir eigene Raketen. Können mal gucken, wie das mit der Raumfahrt so läuft. Wann haben die Inde denn ihre Unabhängigkeit erlangt? 47, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ah, okay. Ja, und dann 65 wollten sie schon Atomraketen? Ähm, na, nicht offiziell. Ja, gut, niemand will offiziell Atomraketen. Also offiziell war es, offiziell war es natürlich so, dass die, äh, um, um, äh, praktisch Assistenz gebeten haben, weil die waren damals so halbwegs Verbündete von der USA und, äh, ja, die haben dann halt von der NASA alles, was offiziell an Dokumentation verfügbar war, äh, gekriegt von der Scout-Rakete, was mehr oder weniger genug war, um die auch selbst zu bauen. Mit, äh, einer, äh, kleinen, ähm, Provisio dahinter, äh, weil sie gesagt haben, aber, äh, ihr benutzt sie doch ganz bestimmt nicht für als, als Trägerrakete für Atom, als Trägerrakete für Atombomben, oder? Nein. Denn, äh, die erste Stufe ist, die, die erste Stufe der Scout-Rakete ist eigentlich eine Polaris-Rakete und die zweite Stufe ist eine Sergeant-Rakete und das sind beides, äh, ballistische Raketen. Ich glaube, die Sergeant-Rakete ist, ne, die Polaris-Rakete war von U-Boot? Ja, Polaris-Raketen würden von Unterwasser aus dem U-Boot abgeschlossen. Genau, ja. Und die Sergeant-Rakete war auch irgendwas in der Richtung. Jedenfalls, ähm, äh, äh, man sieht, es ist ein ganz klein wenig brisant und, äh, wie brisant das war, war dann halt klar, als dann kurze Zeit später die Inder, ähm, ihre Smiling Buddha die erste Atombombe gezündet haben. Okay, kreative Namenswahl. Ja, ne? Ähm, ich, ich komme gerade, das war zwölf Jahre später und wenn ich meinen Artikel damals, den ich bei Golem, ja, wenn ich den Artikel damals bei Golem besser geschrieben hätte, dann wüsste, dann könnte ich das noch nachvollziehen. ich merke gerade, so wie ich das geschrieben habe, äh, keine Chance. Das ist das digitale Äquivalent, wie sie seine eigene Handschrift nicht mehr lesen können. Nicht nur das Digitale. Ja, super. Lass dir das in der Lehre sein. Ja, ja, also das ist, das ist echt super. Also, äh, ich merke hier, die, 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 die Formulierung ist total unverständlich. Hast du jetzt die Chance, das nochmal besser zu sagen? Ja, also, wie gesagt, du hast gerade nachgelesen, wann war das? Was? Smiling Buddha. Ach nee, ich habe es einfach hochgerechnet, du meinst, 65, wo hatten sie die Rakete, zwölf Jahre später, also 77. Smiling Buddha, mal gucken. Stell dir bestimmt bei Wikipedia. Äh, äh, das ist 74 gewesen. Ah ja, okay. Okay, also, zwölf Jahre nach 62. Also, man sieht so ungefähr, wo die, wo die Anfänge lagen und, äh, eigentlich war das Ganze, war dann mehr oder weniger der, äh, der Raumfahrteil so, je nachdem, wie, wie optimistisch man ist, war es ein Abfallprodukt dessen oder so die Coverstory davon oder ja, wie auch immer, ne? Also, jedenfalls sehr, sehr eng damit verbunden. und, naja, jedenfalls haben die dann relativ bald ihre ersten Raketen gebaut. Äh, damals noch relativ kleine Rakete, die hießen dann irgendwie alle SLV, Space Launch Vehicle, äh, mit so 40 Kilogramm Nutzlast und was in der Größenordnung, halt sehr kleines Zeug, was alles von, ähm, von ballistischen Raketen, also so kurz- und Mittelstreckenraketen, äh, abgestammt ist, ab, abstammte, deutsch, bitte, ähm, ja, und, ein bisschen haben sich, hat sich wohl die Nase auf den Schlips getreten gefühlt. Jedenfalls sind die Inder dann, äh, zu anderen Ländern gegangen und haben mit denen kooperiert, die damit, äh, scheinbar kein Problem hatten. Wie zum Beispiel Russland, oder? Oder Sowjetunion damals? wie zum Beispiel Deutschland und zum Beispiel Frankreich. Ah, okay, sehr. Jaja, die, die sind erstmal, die sind erstmal nach, äh, Europa gegangen, ähm, also, äh, die, äh, es ist ja nun nichts, nichts Neues, ähm, die, ähm, die PSLV und die GSLV benutzen ja beide Viking-Triebwerke, äh, nein, Vikas-Triebwerke, die letzten Endes das Gleiche sind wie die Viking-Triebwerke, die damals bei der, Ariane 1, 2, 3 und 4 benutzt wurden. Mhm. Und, äh, das geht auch darauf zurück, dass bei der Entwicklung von den Viking-Triebwerken indische Wissenschaftler eingeladen wurden, äh, sich bei der, sich bei der Entwicklung zu beteiligen und die haben auf die Art und Weise halt praktisch, äh, ja, das Know-how bekommen, ne? Und, äh, die mehr oder weniger nachgebaut, war, glaube ich, sogar in Lizenz gefertigt, also, äh, das ist eine sehr offizielle, äh, Partnerschaft, Letzten Endes gewesen. Ähm, das Viking-Triebwerk ist, benutzt natürlich auch eine Treibstoffmischung, die letzten Endes, äh, für militärische Aufgaben sehr gut geeignet ist. Also, Lagerbar und sowas, oder? Genau. Mhm. Lagerbar, selbstsündlich, selbstentzündlich und so weiter. Ähm, und ja, die, äh, die neue, also, erst die GSLV-Raketen, die halt wasserstoffbetriebene Oberstufen haben, sind so die ersten, die überhaupt irgendeinen Teil haben, der nicht prinzipiell sofort für militärische Anwendungen, äh, bereit wäre. Ähm, also Feststofftriebwerke sind ja Gang und Gäbe in, in irgendwelchen ballistischen Raketen und so weiter. Ähm, ja, also daher kommt's, ne? Ähm, dann, äh, in den 80er Jahren hat man zusammengearbeitet, wie gesagt, mit, äh, Deutschland und haben dort die, äh, die ganze Regeltechnik und Steuerungstechnik von den Raketen entwickelt. Ähm, und da gibt's dann halt auch immer so, halt so Nicklichkeiten, weil, äh, du kannst natürlich, äh, mit der gleichen Hard- und Software-Milie, mit der du einen Satelliten irgendwo in einem Orbit aussetzt, auch, äh, Atomsprengköpfe von einer Trägerrakete aussetzen und die dann irgendwo landen lassen. Äh, ja, wie's halt so ist, ne? Also, das ist, äh, ist halt alles Dual Use. Und Indien ist so ein ganz klassischer Fall. Also, die haben wirklich, äh, die haben halt wirklich mehrere Länder gegeneinander mehr oder weniger ausgespielt, um an das Know-how zu kommen und haben das relativ erfolgreich gemacht, ne? Äh, Indien war ja, äh, während ein, äh, während des Kalten Krieges, glaube ich, irgendwie, äh, eines der Mitglieder der blockfreien Nationen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da schau ich mal grad nach. Äh, ja, ähm, tatsächlich waren's, oh, es sind einige. Ähm, aber Indien ist auf jeden Fall dabei, da sieht man, ist ja ein großes Land. Also, äh, China ist ja, war ja auch blockfrei. Ähm, die hatten, es war ja, äh, der zu Stahlins Ärger, dass der Mao da nicht bei seiner Geschichte mitmachen wollte. Genau. Ähm, genau, und dann halt hier so, äh, Papua-Neuguinea, also so dieser ganze Südostasiatische Raum. Indonesien vor allem. Also Indonesien vor allen Dingen. Genau, äh, Also im Grunde dieser ganze südostasiatische Raum, bis auf so ein klei, ich glaub, ist das, ist das, äh, Pakistan, so dieser kleine, ich schick dir mal das Bild. Ähm, meinst du die Teilnehmerstaaten an der Konferenz von Bande? Nee, warte, warte, ähm, ähm, äh, kurz mit. Ah, du meinst dieses dunkelblau-hellblaue Ding? Ah, das ist entweder Nepal oder, das ist entweder Nepal oder Bhutan. Ich glaub, es ist Bhutan. Ach so. Äh, die waren nicht blockfrei. Aber 50, 50 Chance. Oder war da, grad irgendwie, hatten die grad innere Palle? Ich glaub, das sind kommunistische Rebellen heute immer noch. Bhutan ist doch dieses Land, wo sie alle super glücklich sind. Oder war es dann doch, oder war es dann doch Nepal? Ich, 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 ich muss gestehen, Nepal und Bhutan verwechsel ich immer und kann ich nicht hundertprozentig zuordnen auf der Karte. Ähm, so, ich schau mal kurz. Äh, das ist Bhutan. Es ist Bhutan. Ja, also Nepal war auf jeden Fall Mitglied, dann war es Bhutan. Dann müssen wir jetzt wissen, was mit Bhutan zu der Zeit los war. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, ich hab keine Ahnung. Äh, ich bin's bei Bhutaner. Malaysia war, Malaysia war offensichtlich auch mit dem Westen dann wohl Geschichte Bhutan. Verbündet? Gut, das würde zu lange dauern, die Geschichte Bhutans aufzuarbeiten. Ähm, auf jeden Fall, Indien war im Kalten Krieg blockfrei. Das haben wir etabliert. Ja. Ähm, worauf wollte ich damit hinaus? Äh, gehört damit also zu den Staaten, die versucht haben, äh, letzten Endes Ost und West gegeneinander auszuspielen, um selbst irgendwie bestehen zu können. Wie das halt schon immer gewesen ist in der ganzen Menschheitsgeschichte in Staaten, die sich zwischen zwei Machtblöcken befunden haben, ne? Ähm, ja. Ja. Ziemlich erfolgreich, wie man ja sieht. Ziemlich erfolgreich, ähm, so ist es jedenfalls dazu gekommen. Und, äh, damit ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende, weil die, äh, Inder haben nicht nur aus Europa und den USA ihre Technik, sondern auch aus Russland. Und aus Russland, äh, kommt die ganze Kooperation von GSLV. Also die GSLV-Raketen, die ganze Familie, äh, jetzt auch die Mark III, aber auch schon die Mark I und Mark II, kommen, äh, letztendlich aus russischer Technik. Ähm, von der, also die, die GSLV, also diese Geostation, Geostationary Launch Vehicles, ähm, es stammen praktisch aus der Kooperation mit Russland, dass man gesagt hat, man hätte von Russland gerne ein Oberstufentriebwerk. Ähm, und zwar ist das das Gleiche, dass auch die, wovon der, äh, äh, wer war das? Wer hat kommentiert, wovon der Aaron gesprochen hat? Das ist dieses KVTK-Triebwerk, ähm, ähm, das die gerne gehabt hätten. Und sie haben es auch bekommen. Das Problem ist nur, äh, es wurde dann Einspruch erheben, weil das war Anfang der 90er Jahre. Ähm, so heißen, das kam nicht aus der Sowjetunion, sondern tatsächlich aus Russland, äh, nach Indien. Und da kam dann Einspruch, ich glaube, von amerikanischer Seite, die dann gesagt haben, ja, aber ihr verstoßt hier gegen ein Abkommen, äh, gegen die Verbreitung von Technologie zur Förderung von, äh, Atomraketen und so weiter. Was irgendwie von vorne bis hinten keinen großen Sinn macht, weil, äh, so ein Wasserstoff, äh, Oberstufentriebwerk ist so ziemlich das Allerletzte, was man benutzen würde, um eine Atombombe starten zu wollen. Weil, äh, macht einfach keinen Sinn. Ist nicht lagerfähig, ist extrem aufwendig, teuer, macht einfach keiner. Also man hat ja sogar aufgehört, äh, flüssigen Sauerstoff in normalen Raketen zu benutzen, weil man mitgekriegt hat, äh, den, dann muss man die Rakete irgendwie kurz vor dem Start erst, äh, auftanken. Das dauert dann wieder eine Viertelstunde. Das ist dann strategisch wieder ungünstig. Das will man nicht haben. Yadda, yadda. Und hat dann damit aufgehört. Deswegen ist die Soyuz-Rakete heutzutage nur noch als Soyuz-Rakete bekannt und nicht mehr als, äh, als der Mallorca oder als R7-Rakete. Äh, war selbst in der Sowjetunion bloß irgendwie zwei Jahre in Gebrauch oder so. Naja, jedenfalls hat man daraus dann, äh, eine eigene Trägerrakete gebaut, äh, die GSLV Mark I. Also die, die Oberstufe von der GSLV, ähm, besteht letzten Endes aus einem russischen Triebwerk und das ist das, ähm, das KVD-1-Triebwerk. Und, äh, das ist so ein, äh, so ein Wasserstofftriebwerk, so ähnlich wie es das Space Shuttle benutzt. Also, ähm, mit, so im Hauptstromverfahren, wo dann halt erst, äh, wo halt praktisch die, die Abgase der Turbine mit verbrannt werden. Ist also sehr effizient, ähm, findet witzigerweise wenig, äh, oder besser gesagt, gar keine Verwendung in Russland, weil, äh, die haben einfach ihre alte Technik weiter benutzt, äh, sind nicht wirklich auf Wasserstoff, äh, eingestellt, aber die Inder waren sehr interessiert daran. Und, äh, ja, haben die, haben die Triebwerke bekommen, diese KVD-1-Triebwerke, einen Schub von siebeneinhalb Tonnen, relativ wenig, aber perfekt für eine Oberstufe, und waren damit eigentlich sehr zufrieden, haben es dann selbst in eigener Fertigung gebaut, äh, und nannten das Ganze dann CE 7.5, und das war praktisch die Oberstufe für die GSLV Mark II Rakete. Der wesentliche Unterschied ist halt, äh, ist in indischer Fertigung gemacht. und, und dann wollte man aber gerne eine größere Rakete haben, weil die, äh, GSLV Mark II hat halt, wie gesagt, so eine Nutzlast von sowas um die zwei Tonnen, und man hätte gerne eine größere Rakete, um größere Satelliten starten zu können, aber dazu braucht man dann eine größere Oberstufe. Größere Oberstufe heißt, du brauchst, äh, mehr Schub in den Triebwerken. Variante 1 ist, äh, du nimmst einfach ein zweites Triebwerk. Das ist das, was die Chinesen gemacht haben, äh, in der Langmarsch 5 Rakete zum Beispiel, ne, und die haben dort einfach bloß ein zweites, ja, die hatten halt schon für die Langmarsch 4 Raketen und so weiter, äh, ein Oberstufentriebwerk gehabt, na ja, und dann haben die einfach zwei davon für die Langmarsch 5 benutzt. Ähm, die Inder haben gesagt, ne, wir entwickeln ein neues Triebwerk, das Meerschub hat, irgendwas um die 20 Tonnen, ähm, da sind wir jetzt in Bereichen, die kennen wir durchaus aus Europa, nämlich vom Windschi-Triebwerk, ähm, und ja, letzten Endes wollte man für die, äh, GSLV Mark III eine Oberstufe haben, die ungefähr der Oberstufe einer Ariane 6 Rakete entspricht. Hat aber relativ schnell festgestellt, ähm, wenn man jetzt die gleiche Technik wie von diesem KVD1-Triebwerk, äh, benutzt, dann dauert die Entwicklung ziemlich lang. Weil, wie gesagt, äh, du hast halt so Vorverbrenner, Nachverbrenner, jada, jada, äh, alles relativ kompliziert und dann hat man gesagt, okay, wir lassen das sein, wir benutzen ganz einfachen Gasgenerator, äh, zum Antrieb der Turbine und schmeißen die, äh, die Abgase praktisch wieder über Bord, wie gehabt, etwas weniger effizient, dafür ist man sehr viel schneller mit der Entwicklung fertig und, äh, deswegen konnte man jetzt halt vor ein paar Wochen zum ersten Mal auch die Rakete starten, ansonsten hätte das noch ein paar Jahre gebraucht. Äh, und, Also du meinst EGS oder Vormark 3? Genau. Ja. Ähm, und vor allen Dingen hätte man jetzt so ein Hauptstromtriebwerk entwickelt, so unendlich viel hätte es nicht gebracht. Es ist halt ein kleines bisschen effizienter, aber, äh, ein paar Prozent machen am Ende den Kohlen nicht fett. Also ein paar, für ein paar hundert Kilo mehr Nutzlast wollte man sich diesen, diesen Aufwand einfach noch nicht antun. Was bedeutet Hauptstromtriebwerk? Äh, Hauptstromtriebwerk ist halt, äh, die, äh, dass man halt die, die Abgase mit benutzt. Ach so, also, du hast ja, es gibt den, es gibt den Hauptstrom, es gibt Hauptstromprinzip und Nebenstromprinzip. Hauptstromprinzip heißt, dass die, äh, dass die Abgase wieder in den Hauptstrom der, die Abgase von der Turbine, die, die Pumpen antreiben. Die Pumpen, Pumpen was? Den Treibstoff. Genau. Äh, also, ich, ja, möchte dich damit subtil daran erinnern, dass nicht alle wissen. Ich war, wir haben ja schon auf dem Podcast gesprochen und wir haben ja auch neue Hörerinnen und Hörer. Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, ja. Also, es gibt halt diese zwei Prinzipien, äh, äh, den Treibstoff zu pumpen von Triebwerken, weil das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe, weil du brauchst sehr, sehr viel Leistung, um den Treibstoff von einem, äh, von einem Raketentriebwerk zu pumpen. Und, äh, Variante eins ist, äh, äh, du treibst das Ganze halt an mit, äh, heißem Gas und dieses heiße Gas treibt eine Turbine an und, äh, dieses Gas wird nicht komplett verbrannt, damit es nicht zu heiß wird, weil ansonsten schmilzt dir deine Turbine weg und das willst du nicht, äh, könnte also noch weiter verbrannt werden im Anschluss und entweder schmeißt du das über Bord, das ist dann das, das ist dann das Nebenstromprinzip, ne, weil es halt, äh, äh, ja, das geht daneben weg und das Hauptstromprinzip ist, du bringst das Ganze wieder zurück in den, in den Strom der, äh, der Treibstoffe in die Brennkammer rein und, äh, haust es dadurch raus und da wird es dann halt noch verbrannt und energetisch verwertet und ist halt einfach alles etwas effizienter. Mhm. Und die, äh, Inder haben sich dazu entschieden, ein Nebenstromtriebwerk zu entwickeln. Genau. Was die Abgase einfach rausschmeißt. Genau, weil es einfach einfacher ist und schneller zu entwickeln war. Das sieht man ja an, an, an manchen, äh, Triebwerken, die haben dann auch mal so einen extra Auspuff. Genau. Äh, eigentlich haben das sogar welche, die den nicht nötig haben, äh, weil man muss ja am Anfang, bevor man das Triebwerk startet, das, das Triebwerk erstmal abkühlen. Mhm. Weil wenn du dieses, dieses unglaublich, diesen unglaublich kalten Treibstoff da durchleitest, äh, dann, äh, kriegen die Dinger sonst einen Kälterschock und, äh, bei der Zündung, ne, und demzufolge, leitet man erstmal irgendwie den, den kalten Wasserstoff dadurch oder den kalten Sauerstoff dadurch, äh, und dazu braucht man irgendwo ein Loch, wo das dann praktisch rauskommt und, äh, ja, das sieht man dann immer mal bei den, bei den Centaur-Oberstufen, wenn man sich die anschaut, die haben dann irgendwo so einen kleinen Auspuff, wo dann halt am Anfang, äh, ja, gekühlt wird. Mhm. Ähm, und so eine Entwicklung von so einem Nebstromtriebwerk ist halt einfach, äh, ist halt einfacher, weil, einfacher, ja. Genau, einfach, 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 ähm, weil man sich nicht Sorgen drum machen muss, wie jetzt der, das Abgas mit dem restlichen Treibstoff dann zusammen interagiert und, ähm, weniger Druck, weniger, weniger, weniger Bestandteile einfach. Es ist einfach viel besser. Da hatte auch Scott Manley mal ein sehr schönes Video, das finde ich auch in Show Notes, ähm, die Raptor Engine von SpaceX ist ja komplett ein geschlossenes System. Das ist, das ist auch Hauptstrom, aber das ist nochmal, das ist nochmal eine Ecke verschärft. Genau, und, äh, da zeigt auf, also umso mehr du halt das alles inkorporieren willst, also die verschiedenen Abgase und heißen Gase, die da, äh, zusammenkommen, weil dann hast du ja Temperaturschwankungen und Druckschwankungen und bricht dann dein Strom ab oder wird er zu stark und, ähm, äh, das ist halt wahnsinnig kompliziert, das alles zusammenzubringen und das ist, deswegen, also nicht nur, weil das Methan da benutzt wird, sondern also, weil das halt auch ein komplett integrierter Kreislauf ist, ähm, ist das halt so beeindruckend. Also verlinke ich nochmal das Video, da kann man zum Ansehen, warum so ein, äh, Hauptstromtriebwerk so kompliziert ist. Ja, also Raptor-Triebwerk ist, äh, ist nochmal eine Nummer für sich, ähm, ja, weil du, du bringst ja immer, du bringst ja immer den Brennstoff mit dem Oxidator zusammen und, äh, verbrennst das praktisch, auf der, auf der einen Seite hast du halt die Turbine, wo dann dieses verbrennende Gas da durchgeht und auf der anderen Seite hast du, äh, damit, mit dieser Turbine treibst du dann, äh, halt eine Pumpe an über eine gemeinsame Achse und, äh, potenziell kann natürlich über diese gemeinsame Achse von der Turbine, äh, zu deinem Zeugs, das du da pumpen willst, äh, irgendwie was rüberfließen, ne? Mhm. Und, äh, das ist halt schlecht, wenn das irgendwie ein heißes Gas ist, das noch verbrannt werden kann und das dann praktisch in flüssigen Sauerstoff reinkommt. Ne? Das wird dann heiß. Das willst du nicht haben. Ja. Äh, es soll heißen, du musst ein bisschen immer gucken, ob das alles miteinander kompatibel ist. Es soll heißen, wenn du einen Gasstrom, also wenn du deine Turbine, äh, antreibst mit, äh, praktisch einem Gas, das viel heißen Sauerstoff drin hat, dann ist das kein Problem, wenn du damit, äh, viel Sauerstoff, äh, pumpen willst. Ja, aber du solltest dir überlegen, ob du damit Wasserstoff oder Methan pumpen willst, weil, äh, dann, dann muss wirklich alles dicht sein. Ja. Also, ich glaube, wir haben ja zu genügend geklärt, was ein Hauptstromtriebwerk ist, jetzt darfst du wieder zurück zu GSLV. Ja, ähm, ja, also das, das ist praktisch schon fast die Story gewesen. Äh, man hat dieses Oberstufentriebwerk entwickelt und hatte damit dann die Oberstufe für die, für die GSLV Mark III. Und die sieht jetzt, äh, vom Prinzip her so ähnlich aus wie eine, wie eine Ariane 5 Rakete. Rechts und links zwei Feststoffbooster, 200 Tonnen Treibstoff, nicht 240, also schon etwas kleiner, aber nicht viel. ähm, aber die, der größte Unterschied ist praktisch die Hauptstufe, also die, dieser mittlere Kern, weil da ist kein Wasserstoff drin, sondern, äh, da sind die Viking-Triebwerke, die mit, äh, beziehungsweise Vicas-Triebwerke, die, äh, mit Hydrazin und, äh, NTO, also, also, äh, mit Stickstoff-Tetroxid angetrieben werden. Das ist sehr viel weniger effizient. Äh, ein bisschen mehr als die Hälfte von der Ausströmgeschwindigkeit von dem Wasserstoff-Triebwerk, also von so einem Vulkan-Triebwerk, und, äh, damit, äh, reduziert man natürlich die Leistung dann doch sehr erheblich. Deswegen schafft die halt am Ende, obwohl sie ungefähr 80 Prozent vom Startgewicht hat, äh, nicht mal 50 Prozent von der, äh, von der Nutzlast. Aber es ist trotzdem die größte indische Rakete und, äh, sie ist relativ billig. Äh, ich glaube, sowas wie 45 Millionen Dollar oder so pro Start. Ich glaube, mich an sowas erinnert zu haben, äh, wie realistisch diese Zahlen sind, ist dann immer noch mal eine zweite Frage, aber, äh, was in der Größenordnung halt. Ja, und, äh, eigentlich immer wieder interessant, äh, die, die Entwicklung in Indien zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde mich immer sehr freuen, wenn der, der Enthusiasmus, den die Inder in der Raumfahrt an den Tag legen, was ja auch bei den Mondmissionen, bei den Marsmissionen so ist und so weiter, wenn die den gleichen Enthusiasmus entwickeln würden bei, äh, der Entwicklung ihrer eigenen Bevölkerung, wo der doch gerne mal, äh, einfach nur die Augen zumachen und sagen, ja, den Leuten können wir eh nicht helfen. Äh, es wird besser, zum Glück. Äh, es hat durchaus große Fortschritte gegeben, aber manchmal, äh, zweifelt man dann doch bei der Einstellung, die man dann manchmal so mitbekommt von denen. Ja, aber ich, ich weiß halt nicht, ob man das so zusammenwerfen kann. Ja, wie gesagt, ich, ich wünschte mir halt einfach nur, dass der, dass der Enthusiasmus, der Inder da, äh, mal ein bisschen mehr ins Soziale reingehen würde. Ja, vielleicht, wenn die jetzt so enthusiastisch mit der Raumfahrt sind, vielleicht sagen sie, vielleicht, ja, vielleicht sind sie dadurch motiviert, auch mal ihr Land auf Vordermann, also, ich meine, nicht auf Vordermann zu bringen. Sie tun, sie tun es ja, es ist ja, es ist nicht so, dass ich in Indien nichts tun würde, aber im Vergleich so zu anderen Ländern sind dann doch etwas, etwas hinterher. Böste Demokratie der Welt. Ja, und trotzdem ist Bangladesch irgendwie weiter. Gut, ähm. An manchen Stellen, Nicht an allen. Jetzt hast du gar nicht so viel über die PSLV gesagt. Ähm, ja, die, die PSLV war einfach lange Zeit so, das Arbeitspferd, äh, ist es auch immer noch. Also PSLV steht für Polar, Space Lodge Vehicle. Ja, und zwar hat, äh, letzten Endes, äh, ja, Resultat halt dieser ganzen Entwicklungen, äh, da hat man dann, das, äh, das WICAS-Triebwerk mitbenutzt, äh, man hat dort die Erfahrung, äh, aus der Fertigung von, von Feststofftriebwerken, was, äh, was man glaube ich, äh, vor allen Dingen den Deutschen zu verdanken hatte. Also da kam viel aus Deutschland bei der Entwicklung von Feststofftriebwerken. Äh, auch was die Verwendung von Glasfaser, Verbundwerkstoffen und so weiter angeht, äh, kam da doch relativ viel. Ähm, ja, und haben dann daraus halt ihre eigenen Feststoff, Feststoffraketen entwickelt. Ähm, ja, also das ist, äh, wie gesagt, interessantes Ding. Lest euch mal den, den Artikel durch, äh, nicht unbedingt, also auch den, den ich geschrieben habe, aber auch den hier von dem, äh, Atomic Bulletin of Atomic Scientists, oder wie auch immer das jetzt gerade hieß. Ja, The Bulletin, so einfach. Wahrscheinlich The Bulletin of Atomic Scientists. Lest euch das mal durch, äh, äh, ich wollte es jetzt nicht, nicht Stück für Stück alles durchgehen, äh, ich fand es sehr interessant. Naja, aber ein schöner Überblick, also, ähm, ja, also, GSRV Mark III ist das neueste Ding, das kann man sich ja gerade mal jetzt merken, und, äh, ja, muss ja nicht wissen, muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, ähm, hatten zwischendurch aus, zwischendurch auch noch das Indian Advanced Space Launch Vehicle, ASLV, und, äh, haben das dann auch nochmal mit Boostern ausgestattet, also, die haben diverse andere Dinge, also, dieses ASLV war letzten Endes so eine indische Kopie, mehr oder weniger, von der Scout Rakete. Mhm, ja, das war auch auf der Wikipedia, also schöne Größenvergleiche, ähm, GSRV Mark III ist ein bisschen kleiner, als die Mark I, aber dafür hat die, ähm, mehr Durchmesser und dickere Booster. Ja, also, ich fand's immer wieder ein, äh, ich find's halt einfach eine sehr interessante Entwicklung einfach, und, äh, man sieht sehr gut, äh, wie viel, äh, Militärtechnik da mit drin ist, und wie viel da auch Deutschland mit, äh, eine Rolle gespielt hat, und Frankreich mit eine Rolle gespielt hat, und Russland, und die USA, und, äh, ja, ich, ich find's einfach interessant, wie ein Land, äh, mit seiner Stellung umgeht, wenn's halt so zwischen zwei Blöcken mehr oder weniger gefangen ist, äh, weil ansonsten hat man ja, man hat's ja gesehen, äh, die, die westliche Welt und so, der, der Ostblock sind ja doch irgendwie wie auf relativ getrennten Pfaden unterwegs gewesen, äh, teilweise noch bis heute, während man halt beispielsweise sieht, ja, Indien, äh, arbeitet immer noch mit Russland zusammen, äh, hat jetzt die Technik übernommen für, äh, äh, na, für so ein Kerosin-Triebwerk, äh, auch wieder im Haupt-, als Hauptstrom-Triebwerk, so ähnlich wie es auch die Chinesen gemacht haben, bloß die Chinesen benutzen es jetzt schon, und, äh, äh, daraus wollen die ein eigenes indisches Triebwerk entwickeln, das, äh, S, 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 C, E200, Semi-Cryogenic Engine 200, äh, und das soll dann benutzt werden, um, äh, ja, um eine neue Hauptstufe für diese GSLV Mark III zu entwickeln, mit der die dann nicht mehr nur vier Tonnen, sondern sechs Tonnen in Orbit bringen kann, äh, aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, das wird noch ein paar Jahre brauchen. Die läuft dann mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Okay. Gut, ähm, willst du gleich weitermachen mit der Elektronenrakete? Ähm, hast du erstmal was anderes? Ähm, ja. Dann nehme ich nur kurze Pause, nehme ich. Ja gut, dann, dann nutzen wir jetzt die Pause, dann, dann machen wir jetzt erst den Karl. Ähm, genau. Genau. Ich, du machst schon mal Pause, ich erkläre das kurz und dann kannst du wiederkommen. Ähm, also, wir hatten ja letzte Woche, oder, äh, nicht letzte Woche, letzte Folge, über das Wow-Signal geredet und dass das ja angeblich, äh, entschlüsselt worden sei, dass das von einem Kometen stammt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dieses Paper, was wir dort zitiert haben, doch sehr fraglich ist und, ähm, 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 ja, einfach von der Methodologie und, äh, dem ganzen Hintergrund, ähm, nicht haltbar ist, also, dass das wahrscheinlich dann doch kein Komet war. Und, ähm, ja, wie das jetzt zustande gekommen ist, äh, das klären wir jetzt mit dem, äh, Karl Urban, ist ja, äh, ein häufiger Gast der Sendung, der hat sich mal hingesetzt und mal zu diesem Forscher recherchiert und diese ganzen fraglichen Punkte aufgearbeitet und wir reden so ein bisschen mit ihm darüber und auch so ein bisschen über, über generell diese Forschung und dieses Institut und holen uns da so ein bisschen, ein bisschen Schelte ab, also nicht wirklich, aber, ähm, ja, also, tut uns leid, dass wir da so voreilig waren, wir hätten eine Woche warten sollen, ähm, und dann hätten wir das auch nicht so falsch berichtet, ähm, aber dafür versuchen wir jetzt hier möglichst Aufklärungsarbeit zu leisten und, äh, das Interview, was wir schon vor der Sendung aufgezeichnet haben, das hört ihr jetzt. Wir haben jetzt den, äh, Karl bei uns in der Leitung. Hallo, Karl. Hallo. Den solltet ihr mittlerweile ja schon kennen, ist ja ein gern gesehener Gast bei uns. Und wir holen uns ja den Karl immer nur dazu, wenn wir, wenn wir quasi nicht mehr weiter wissen oder in dem Fall, äh, zu weit gewusst haben und dann uns verfahren haben. Ähm, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, also, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, da haben wir ja über ein neues und zu dem Zeitpunkt, äh, revolutionär erscheinendes Paper gesprochen, das behauptet, dass das sogenannte Wow-Signal von einem Kometen stammt. Also, wenn ihr diese ganze Geschichte vom Wow-Signal nochmal wissen wollt, hört einfach die letzte Folge, da erkläre ich das. Ich weiß gar nicht, zu viel Zeit zu verlieren. Auf jeden Fall, dieses Paper kam raus. Alle waren mehr oder weniger begeistert. Äh, nur ein kleiner, ein, sozusagen ein Gallier, ein Gallier unter den Wissenschaftsjournalisten, ließ sich von den Invasoren beeindrucken. und das war der Karl. Vielleicht erklärst du mal, wie bist du, wie bist du dem, also, wie hast du dich nicht vom Hype, wie wir mitreißen lassen? Doch, doch, ich habe mich mitreißen lassen. Ich habe, also, ich glaube, das Paper, aha, das ist schon ein bisschen älter sogar, ne? 1. April, richtig, da haben auch einige reagiert. Also, eingereicht, das ist doch eingereicht am 1. April, genau, accepted 1. April, aber wahrscheinlich nicht publiziert. Ähm, irgendwie publiziert, publiziert was wirklich, äh, gerade an dem, irgendwie an dem Tag oder in der Woche, also wirklich, quasi aktuell. Anfang der Woche, genau. Also, ich habe das auf jeden Fall auch gesehen und, ähm, habe auch gleich gedacht, wow, ähm, und, äh, meine Alarmglocken haben auch nicht geklingelt. Also, ich habe, äh, das meiner Stammredaktion bei Deutschlandfunk auch direkt vorgeschlagen und die haben sie auch direkt eingekauft. Und, ähm, dann habe ich einen Interviewtermin mit dem Antonio Perez ausgemacht, mit dem Autor und habe auch das Interview geführt und ich habe auch den Beitrag gemacht, ähm, also geschrieben, ne? Beim Radio ist es ja so, man schreibt ein Manuskript, dann gibt man das ab, dann wird es redigiert und dann produziert man erst. Und, äh, das Manuskript war fertig geschrieben und abgegeben. Und das war völlig, völlig unkritisch. Hm. Ja, ähm, aber du hast halt einen Vorteil und, äh, einen riesengroßen Vorteil. Du hattest dann noch mal Zeit, ne? Da danach. Ja, genau. Also mein Glück war, dass die Redaktion, das ist das, was ich nicht hatte, die Redaktion an dem Freitag, das dann wieder erwarten, doch nicht in die Sendung reingekriegt hat und dann hatte ich dann noch das Wochenende dazwischen. Waren das zeitliche Begründe oder hatten ihr schon damals inhaltliche Bedenken? Also ich hab ein paar Dinge komisch gefunden an der Geschichte, ähm, die, ähm, letztlich aber auch erst durch das Interview so richtig rausgekommen bin, Und eine der, äh, Dinge, die er mir gesagt hat, ist, dass er eigentlich seit der Aufzeichnung vom Wow-Signal viele große Radioteleskope auch noch mal diese, ähm, diese Region da im, im Sternbild Schütze sich angeguckt hat, ähm, aber eigentlich keiner nach Kometen geguckt hat, ne? Er hat dann irgendwie hier VLA aufgezählt, dieses große, Very Large Array mit diesen großen Schüsseln da in Kalifornien und das Arecibo Weltraumteleskop und so. Und das fand ich doch relativ unwahrscheinlich, dass in 40 Jahren niemand auf die Idee kommt, mal irgendwie zu gucken, ähm, geben Kometen da in dem Wellenlängenbereich viel Radiostrahlung ab. Und, äh, das war eigentlich mein Anknüpfungspunkt, irgendwie nur auf, auf Twitter so ein bisschen rumzustochen. Ich hab auch eine Presseanfrage ans MPI für Radioastronomie in Bonn gestellt, aber da der Pressesprecher hat sich jetzt ziemlich spät gemeldet, also da war das, hatte ich es schon soweit ausrecherchiert, ähm, und, aber auf Twitter haben sich dann, äh, Ende der Woche mehrere, ähm, Radioastronomen gemeldet und, äh, sich das mal angeguckt. Also, letztlich war das nicht meine Rechercheleistung, sondern meine Leistung war die, äh, so ein bisschen da drauf zu pieken und mal zu gucken, was dann passiert. Ja, das war natürlich, äh, sicherlich das Richtige, also, ich hatte mir halt, vielleicht wäre ich drauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise, äh, ein bisschen ungutes Gefühl hatte ich, aber halt nicht genug, um den Artikel am Ende nicht zu schreiben und zu, äh, und zu veröffentlichen. Äh, und einfach nicht genug Zeit gehabt, dass dieses Gefühl dann sozusagen, äh, mich überwältigen konnte und dann so tragend geworden wäre, dass ich es nicht getan hätte. Ja, ich, ich, ich finde es auch wirklich schwierig, also, ich fand es auch in der Situation schwierig, ich hab, man ist ja oft kritisch, ne, aber du bist halt auch Journalist, also, ich rede jetzt auch von mir selbst, also, ich kann ja jetzt nicht auf einem Niveau von einem Peer-Review, Peer-Reviewer, der irgendwie sich zwei Tage hinsetzt und mal ein bisschen Zahlen nachrechnet und so, das, das kann ich ja nicht leisten, also, selbst wenn ich die Zeit hätte, habe ich auch nicht die Fähigkeiten dazu. Und letztlich kann man ja nur letztlich über, über andere Experten gehen und wenn so ein Peer total frisch ist, die müssen ja auch erst mal Zeit haben, sich das genau anzugucken und es ist bis heute nicht, es ist auch nicht so völlig, man kann jetzt nicht sagen, das Peer ist irgendwie falsch oder, äh, der hat, der hat wirklich große Fehler gemacht, es sind bloß ein paar Dinge merkwürdig, weiß nicht, ob wir die mal durchgehen wollen. Also, ganz kurz, unsere, also, ich bin ja so ein bisschen daran schuld, dass Frank das geschrieben hat, weil, wir hatten, ja, am Montag, ich hatte nichts davon mitbekommen, ja, am Montag, äh, auf und ich hatte quasi so zwei Stunden davor, war das quasi so ein Retreat, also, kam mir diese Anthony Paris dann in die Timeline und meinte, ja, hier, das Paper wurde veröffentlicht und habe ich das erste Mal davon gehört, dass er das untersucht hat, hat man das so ein bisschen durchgelesen, halt nach, nach den, nach den besten Möglichkeiten, hat gesagt, okay, Peer Review, das, dieses Institut, da müssen wir auch noch mal später drüber reden, ähm, sah jetzt auch nicht so, so sehr fragwürdig aus, natürlich habe ich mir die Seite nicht so genau angeschaut, wie du, gedacht, ja gut, Peer Reviewed, habe das Frank gezeigt und Frank meinte, ja, okay und wenn halt Frank nicht aufschreit, dann, ähm, ja, ich hatte, ich hatte halt nur das, das Paper gelesen und, äh, wie gesagt, es, im Nachhinein, klar, äh, es gab so ein paar Merkwürdigkeiten, aber irgendwie, es hat nicht gereicht, um so diese, diese Bullshit-Schwelle da zu erreichen, ne, wo dann, wo dann der Alarm losgeht, ja, so kommt, es ist ja, es ist ja auch kein Bullshit, ne, also, es ist erstmal ein Paper, es ist in einem Journal veröffentlicht, was angeblich Peer Review macht und, ähm, das Paper sieht aus, wie ein Paper aussieht, also, ja, und, und, und letztlich, es wurde veröffentlicht, in einem, in einem vernünftigen Journal, mehr oder weniger, genau, das Problem ist, ich meine, das Journal ist schon, es gibt tausende Journals, ne, genau, also, man kann sie nicht alle kennen, aber, das haben halt auch mehrere Astronomen gesagt, mit denen ich geredet habe, warum hat denn der das da publiziert, also, das waren die komischen Astrophysiker und auch erst recht ein Radioastronom, ähm, der wird nicht in so einem komischen, winzigen Journal veröffentlichen, die jetzt irgendwie alles mögliche machen, ähm, weil das Problem ist letztlich, man kann das fachlich gar nicht bewerten, wenn in dem Board, also, der, in dem, in dem Bereich von dem Journal, wo die, ähm, Reviewer ausgewählt werden, wenn da überhaupt keine Astrophysiker sind, ja, und wenn man sich anguckt, was da sonst publiziert wird, das ist halt, sind schon naturwissenschaftliche Themen, aber, es ist unwahrscheinlich, dass da jetzt mal ein Radioastronom auf der anderen Seite saß und das mal gegengelesen hat, also, das ist schon mal eine der, der großen Kritikpunkte gewesen. XKCD hatte ja auch so einen, so einen, mehr oder weniger kryptischen Comic dazu, also, er hat nicht direkt, äh, sich da aufbezogen, aber an dem Tag, in der es veröffentlicht wurde, kam, kam halt so ein Comic, wo dann jemand sitzt und, äh, irgendwie so, und dann fragt halt irgendwie die andere Person, bist du sicher, dass diese, dass diese Study, äh, richtig ist? Und er meinte, ja, es wurde halt von dieser Publikation akzeptiert, ja, und welcher? Ja, The National Academy of Proceedings, also so ein Nonsens, und dann steht halt da drunter, ja, wenn etwas aussieht wie ein, wie ein echtes wissenschaftliches Paper, dann, ähm, dann kann es auch ihn mal, äh, eine Weile brauchen, bis er das dann quasi kapiert, dass das trotzdem Bullshit ist. Und das Dumme ist, schön, bei XKCD ist übrigens, immer der, der, ähm, Alternativtext, ähm, und hier steht, ähm, it says on the MySpace page that their journal is peer reviewed and downloaded biannually. Also es wird, wird zweimal im Jahr heruntergeladen. Ja, genau. Also das, ich hab das Ding, ich hab das Ding gelesen, auch, auch diesen XKCD Comic, und es irgendwie, also wie gesagt, äh, äh, zu wenig Zeit gehabt. Und, äh, ich, ich sag mal, äh, es gibt wenige Möglichkeiten, absolute Dummheit in einem Menschen hervorzurufen. Zu wenig Zeit zu haben, funktioniert erstaunlich gut. Ja. Und, ja. Aber wie gesagt, ich würd sagen, zu dem Zeitpunkt, wo du drüber geschrieben hast, und ich das erste Mal drüber geschrieben hab, auch, ähm, war das auch wirklich noch nicht so einfach. Und da gab's auch, also, äh, die Medien, gerade die US-Medien sind ja unglaublich auf dieses Thema angesprochen. Trotzdem, es ärgert mich einfach. Ähm, und da gab's keine, da gibt's eigentlich keine kritischen Stimmen. So, in der Zeit. Ja, aber, das ist ja, das ist ja völlig egal, ne? Bloß, weil's alle machen, heißt das noch lange nicht, dass ich das machen muss. Und es ärgert mich, aber es, es, es ärgert mich unglaublich, weil, äh, das ist, eigentlich ist so mein Anspruch, dass ich genau so einen Scheiß nicht mache. Ja. Das, das ist so, das ist so der Anspruch, und das ist so, ah. Aber wollen wir mal durchgehen, was jetzt genau daran fishy ist, an diesem Paper? Genau, also, genau, übers Journal haben wir geredet, ja, das ist, ähm, das Peer Review, Wie hießen das jetzt nochmal genau? Ich hab das irgendwie wieder vergessen. Das, wie das hieß, das hieß Washington Academy of Sciences. Also, der Ex-Kanzide war schon nah dran, ja. Und, und, wenn man sich diese Webseite anguckt, das hab ich übrigens auch nicht, äh, damals, also, als ich das erste Mal drüber geschrieben hab, nicht sofort gemacht. Das Archivende zum Beispiel, Ende 2012, ähm, also, man kann zum Beispiel online gar nicht nachvollziehen, ob das Ding jetzt überhaupt publiziert ist, ne? Also, der, ähm, Antonio Paris behauptet es, aber auf der Webseite vom Journal taucht's gar nicht auf. Also, endet quasi nach vorwärts, ich dachte, nach rückwärts. nee, nee, also sozusagen nach vorwärts. Also, das geht von 2008, keine Ahnung, wann das angefangen hat, bis Ende 2012, Anfang 2013. Ähm, es gibt irgendwie noch so eine andere Seite, äh, da sind auch neuere Artikel, aber die sind dann irgendwie nicht mehr lückenlos. Also, da sind so ein paar dann noch erwähnt. Also, die, ich verstehe auch den Aufbau dieser Seite nicht, aber der ist nicht hochkomplex. Also, das ist einfach nicht da. Das war schon mal merkwürdig. Ähm, dann, darauf haben mich aber erst, die Astrophysiker gebracht ist, das Paper, ähm, vom, vom Aufbau her, ähm, geht sehr wenig in einem Bereich in die Tiefe, wo man eigentlich als Forscher immer in die Tiefe gehen muss, nämlich bei den Methoden. Ja. Und das ist insofern interessant, also, er erwähnt ja dieses Radioteleskop, was er verwendet, ähm, eigentlich charakterisiert er das in einem Satz, sagt irgendwie den Frequenzbereich, mit der Genauigkeit, äh, äh, hat er, hat er gemessen, aber er sagt überhaupt nicht, was ist das für ein Instrument, äh, man kann ja sicher mehr sagen darüber, als den, ähm, ja, es geht ja um Auflösung, ich weiß nicht, was man da in der Radioastronomie sagt, aber es ist letztlich, äh, müssten da viel mehr technische Details rein, um ein Nachmessen möglich zu machen. ähm, ähm, ein Detail dazu noch, was es eigentlich noch umso wichtiger macht, das ist jetzt nicht irgendwie ein Standardinstrument, wo schon viele Leute mit gemessen haben, sondern Antonio Perez hat ja vor ein paar Jahren, ähm, ne, nicht vor ein paar Jahren, er hat letztes Jahr, 2016, hat diese These aufgestellt, dass dieser Komet, 266 B. Christensen, ähm, verantwortlich ist für das Wow-Signal, und dann hat er gesagt, ja, ich würde das gern messen, und, äh, hat behauptet, dass die, ähm, großen Radioteleskope alle ausgebucht seien, und der kann das nicht überprüfen, deswegen will er sich selbst ein Teleskop kaufen und zusammenschrauben, also ein Radioteleskop, und, äh, hat dann ein Crowdfunding gemacht, und, ähm, das ist nicht mehr online auf der Seite, also ich hab auch noch irgendwie über Internet Archive und so versucht, da auf die Seite zu kommen, äh, und das Crowdfunding-Portal anzuschreiben, aber ich hab da leider nichts mehr gefunden, aber wo Leute drüber gesprochen haben, also es gab so einen Guardian-Artikel zu dem Thema mit einigen Kommentaren dazu, stand, dass der ungefähr 20.000 Dollar eingenommen hat über dieses, äh, Crowdfunding, und was interessant ist, da hat er geschrieben, er würde gern ein 3 Meter großes, ähm, Radioteleskop bauen, in dem Paper jetzt schreibt er was von einem 10 Meter großen. Ach, der liebeste. Ja, genau, das, das erinnere ich mich auch noch von. Wird's denn, wird's denn ja immer noch, das ist dann, das geht dann schon ernsthaft in die Richtung unehrlich, ne? Ja, und die Frage ist, kann man eigentlich mit 20.000 Dollar ein, äh, 10 Meter großes Radioteleskop sich selbst zusammenschrauben, kann man sowas kaufen? Das weiß ich nicht. Ich fokussiere mal stark nicht. Ja. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich erstmal nur so eine dumme Schüssel, aber da hängt ja sicher sehr viel mehr Know-how noch dran. Ja, eine Rakete ist auch nur ein großer Tank, wo es bumm macht. Richtig. Ja. Ja, ich, äh, ich gucke auch gerade noch mal in das Paper rein, der erwähnt das einfach nicht, ne? Es gibt ja sonst immer, ach, wie heißt, wie heißt das immer, äh, ob irgendwelche Abhängigkeiten von irgendwelchen Unternehmen oder sonst irgendwas, wo es ist, wie heißt das? Jedenfalls wird sowas nicht erwähnt, ne? Und wenn sowas crowdgefundet ist, dann sollte das eigentlich erwähnt werden in dem Paper. Die andere Seite ist, ähm, diese, diese Behauptung, ähm, er braucht ja das Geld der Crowd, weil die Radioteleskope alle ausgebucht sind. Das gilt sicher auch für diese ganz großen, so Elfelsberg und, äh, Parks und so, ähm, aber es gibt viele Radioteleskope, das merkte dann einer in diesem Guardian-Artikel im Kommentar, an die, äh, also damals, jetzt vor einem Dreivierteljahr, äh, Mitte 2016, für 2017 noch gar nicht angefangen hatten, ähm, die Zeiten zu vergeben. Also das, auch, das stimmte einfach nicht. Es kann natürlich sein, dass er einfach nicht in der Lage war, äh, man muss ja da Proposals schreiben und, äh, wissenschaftlich glaubhaft machen, dass man da sinnvolle Dinge messen möchte und sich vielleicht auch ein bisschen gegen Konkurrenz durchsetzen und es kann natürlich sein, dass er da einfach nicht in der Lage war, äh, so ein Proposal zu schreiben. Ist jetzt aber schon Mutmaß. Beziehungsweise nicht in der Lage war, zu überzeugen damit. Oder das, genau. Das, das sind halt sehr viele Dinge, die man nicht weiß, aber er hat letztlich, also das ist schon mal, würde ich sagen, definitiv unehrlich, dass er da sowas behauptet, um, um an Geld zu kommen, ne? Also, er hat da mit dem, da bei diesem Crowdfunding schon das erste Mal Marketing mit dem Wow-Signal gemacht, und eigentlich Dinge behauptet, die nicht stimmen. Zum Beispiel? Na, dass die großen Teleskope ausgebucht sind. Ach so, genau, ja, ja, okay, ich dachte, ähm, du sagst aber für 2017, er hat ja, hat ja schon 2016 angefangen mit den Messungen, also vielleicht, war er da. Naja, was er machen wollte ist, ähm, übrigens auch ein Punkt, der, der, ähm, den ganzen Astrophysikern, die ich gesprochen habe, unklar ist, er wollte ja, ähm, dieser, dieser Komet war ja Anfang, diesen Jahres, Anfang Januar, ähm, ähm, an der gleichen Stelle im Sternenbild Schützenstand, er. Ja. Und er wollte deswegen in dieser Zeit nochmal Radiomessungen machen. Ja, was in sich schon so ein bisschen unlogisch ist, war, warum muss ein Komet an der gleichen Stelle am Himmel stehen, um das nachzustellen, was vor 40 Jahren passiert sind? Also eigentlich müsste man sagen, der müsste den gleichen Abstand von der Sonne haben oder von der Erde oder so. Aber der gleiche Punkt am Himmel sagt ja erstmal überhaupt gar nichts. Aha, ja, das habe ich gar nicht nachgedacht, ne, ich habe gedacht, ja, irgendwie vielleicht ist dann irgendwie, vielleicht steht dann irgendwie der Solarwind günstig oder sowas, aber stimmt, hast du nicht recht, ist ja natürlich alles relativ und 40 Jahre, oh gut, äh, aber trotzdem. vor allem, weil die, weil die Position der Erde sich natürlich auch ändert. Ja, genau. Genau. Ah, das habe ich recht. Ja, ich meine, okay, ich meine, es ist ein Faktor, ich sage mal, das ist ein Faktor, der durchaus eine Rolle spielt. Das wäre eine der Faktoren, die man versuchen kann, konstant zu halten und mal zu schauen, ob da irgendwas passiert. Was jetzt konstant halten? Äh, den, den Punkt am Himmel. Kann ja sein, dass das irgendwie, äh, was weiß ich. also das Einzige, was man, was man diesbezüglich, ähm, und darum geht es auch in dem Paper, was man diesbezüglich erwähnen, ähm, ähm, erwähnen muss, ist, ähm, es gibt den größten, oder stärksten Radiostrahler am Himmel, das ist, äh, Sagittarius Alpha, wie heißt das Ding? Ich, ich, ups, ich weiß das gerade nicht aus dem Kopf, ähm, es gibt so einen großen, großen, aktiven Galaxienkern, das ist das, mit Abstand hältste Radioobjekt am Himmel und das Ding liegt auch im Sternbildschützen. Deswegen, und der ist auch bei 1420 Megahertz aktiv, also auch in vielen anderen Frequenzen. Hm. Ähm, ja, okay, dann könnte es ja, dann könnte es ja durchaus, äh, etwas damit zu tun haben. Also, und, äh, in dem Paper geht es ja auch darum, dass er versucht hat, das letztlich zu, zu kalibrieren, ähm, damit, ne, also immer mal mit seinem Ding draufgehalten, okay, Signal da, weg, weg in den leeren Raum, jetzt nicht mehr da, um zu sagen, okay, also wir, wir sehen definitiv, äh, das Signal da, wo es auf jeden Fall ist und jetzt gehen wir mal zum Kometen und da haben wir es auch gesehen. Ja, also, was, was mich halt quasi, also, was für mich, was der Knackpunkt war, ist ja, dass, ähm, er hat gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt, an dem der Komet, an dem Ort war, wo das Wow-Signal damals herkam, hatten sie diese Radiofrequenzmessung und als er dann quasi aus diesem Punkt wieder raus war, war es weg. Und das war für mich so der Beweis, okay, dieser Komet ist anscheinend für diese Frequenz verantwortlich. Und das hat er an drei anderen auch bewiesen. Und stimmt das jetzt noch, oder ist das jetzt auch fischig, wenn er da die Methoden nicht fischig angibt? Also, ähm, das ist auch was, was ich jetzt gelernt habe, erst nachdem ich mit mehreren Astrophysikern gesprochen und kommuniziert habe, ähm, diese Linie bei 1420 Megahertz oder 21 Zentimeter Wellenlänge, das ist, ähm, der, die, die Spektral, eine der Spektrallinien von angeregtem, neutralem Wasserstoff, ja, was ja im Universum extrem häufig ist und das misst man auch an allen möglichen Ecken und Enden. Und auch im Sonnensystem und auch bei Kometen. Ja, das gibt's definitiv. Ähm, ist auch deshalb interessant, also es gibt, äh, es gibt diese Kosmos-Serie von, von Carl Sagan, von dem SETI-Forscher und Astrophysiker, der ja auch sehr viel sich mit dem Wow-Signal zum Beispiel auseinandergesetzt hat und wo der, äh, genau auf, auf diesen Wellenlängen-Bereich auch eingeht und sagt, ähm, naja, wenn, wenn irgendwelche Zivilisationen, ähm, überlegen, in welcher, in welchem Frequenzbereich sie uns Signale schicken, dann würden sie wahrscheinlich sowas sehr Bekanntes nehmen, ja, wo man denkt, ja, da, da beobachten die sowieso, ja, das ist so häufig im Universum, so machen wir auf uns aufmerksam und deswegen ist das Wow-Signal eigentlich auch so spannend, weil das liegt halt in dem Bereich. Genau, das, das hatten wir auch, glaube ich, in, 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 in unserer Sendung drin, also als wir darüber gesprochen haben. Genau, aber jetzt muss man halt überlegen, wie das mit den, mit den Kometen ist, und das ist jetzt sozusagen, ähm, würde sagen, erst mal wissenschaftlich ein bisschen fragwürdig sofort zu sagen, es kann nicht sein, also da war ich auch erst mal skeptisch. Das Problem ist, ähm, also, es ist nicht so, wie Paris behauptet, dass man das noch nie gemessen hat bei Kometen, man guckt sich alles Mögliche an bei Kometen. Rosetta hat, ähm, auch, auch solche Messungen gemacht oder auch erdgebundene Teleskope haben von Juryumov, Gerasimenko, äh, in dem Wellenlängenbereich geguckt, die haben alles Mögliche geguckt. Beim Helikometen hat man, ähm, als der 1986 da diese Sondenarmada vorbeiflug, hat man vorher, währenddessen, nachher auch in diesem Wellenlängenbereich beobachtet. Und, äh, das sind ja beides aktive Kometen gewesen, also die nah an der Sonne waren, die dieses Koma ausgeprägt hatten und diesen, diesen Schweif. Und, äh, da dampft alles Mögliche aus, die bestehen ja zu großem Teil aus Wasser und Wasser, äh, ähm, Stoff, ähm, löst sich halt, ähm, dann auch im Sonnenlicht und vom Sauerstoff und, äh, da gibt's halt auch Wasserstoffgas, ganz klar. Ähm, das passiert, aber... Das ist so ein der, einer der Dinge, wo ich mich unglaublich drüber ärgere. Äh, weil, es ist ja klar, natürlich wurden Kometen schon beobachtet bis sonst wohin und mir ist der Gedanke nicht gekommen. Das ist... Also das Interessante ist jetzt halt dieser... Das ist so unendlich ärgerlich. Dieser Komet Christensen ist über vier astronomische Einheiten von der Sonne entfernt zur Zeit. Ja, der ist also sehr weit weg von seinem Perihelion und der ist nicht aktiv. also der hat kein Koma zur Zeit, ähm, der verdampft gerade, ähm, herzlich wenig. Also sicher kann man sich irgendwie überlegen, dass der vielleicht einen Mini-Ausbruch haben könnte, aber nichts, was sowas wie das Wow-Signal erklären kann und nichts, was so, so ein lang anhaltendes Signal ist. Und, ähm, ja, das, das ist, das fand ich aber jetzt als Journalist, der es von außen beobachtet, ein bisschen schwierig, dass sich dann so die, die, äh, Radioastronomen hinstellen und sagen, ja, poor science, äh, is not, is not active, kann gar nicht sein, so, und kann gar nicht sein, ist natürlich wissenschaftlich erstmal schwierig. Kann ja schon sein, dass es was, was Einmaliges ist hier. Ähm, aber ziemlich unwahrscheinlich zumindest. Sagen wir es mal so, ja, er hat es ja noch an drei anderen Kometen, äh, will es das gleiche Signal gemessen haben und dann ist halt die Frage, ähm, ob das nicht vielleicht doch, ob man nicht erstmal doch guckt, ob das ein technisches Problem ist, ja, was man natürlich nicht nachprüfen kann, jetzt ohne weiteres, weil wir überhaupt nichts über seine Technik wissen. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich, was, was lernen wir daraus? Wie, wie gehen wir klüger aus der Sache hervor? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt, ja, an diesen, ähm, es gab einige, äh, Pseudo-Entdeckungen, ne, also, dieses Arsenic Life war sowas, äh, Mikro, Mikroben auf der Basis von Arsen anstelle von Phosphor, äh, das ist 2010, das ist auch schon wieder eine Weile her, und damals, äh, das, das hat total die Welle gemacht, es gab Riesenberichte und so, weil das ja auch so, die Möglichkeiten von Leben im All deutlich erweitert, ähm, ähm, und das, äh, 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 von Tagen von, äh, letztlich konkurrierenden Wissenschaftlern widerlegt worden, und die Messmethoden waren auch völlig fragwürdig, aber damals war der Unterschied, das ist in Science erschienen, also, das hat auch das Peer Review von Science durchbrochen, und, ähm, die Forscher waren von der NASA finanziert, und es gab sogar eine große NASA-Pressekonferenz darüber, ne, da ist ja natürlich klar, die Journalisten, dass sich da die Journalisten blenden lassen, ähm, hier ist das jetzt irgendwie umgedreht, ne, also, das ist jetzt nicht der, der extraordinary claim, der, also der, dass die große Behauptung, die große Beweise, ähm, äh, erfordert, sondern es ist ein, ein, ein großer, eine große, äh, eigentlich eine Auflösung, oder eine, äh, ja, sagt man, Falsifizierung, äh, von dieser Alienhypothese, für das Wow-Signal. Vor allen Dingen ist, es liegt ja auch mehr oder weniger nah, also, so vom Gefühl her ist es ja so, ja, okay, das wird sich irgendwann, früher oder später wird sich das rausstellen, dass da nicht viel dahinter gesteckt hat, ne, das ist so das Gefühl, das man hat dabei, bei der Geschichte von dem Wow-Signal, ne, äh, ja, klar, und dann ist man halt eher bereit, dann das zu akzeptieren. Das ist leider, weil es ist halt keine, keine große Sache, dann zu sagen, ja, nö, das, das war nix. Ja, genau, also, man ist ja dann irgendwie noch so, so realistisch, dass man sagt, ja, gut, Komet, fliegen halt rum, geben halt Strahlung von sich, ähm, also, was ich jetzt zum Beispiel gelernt hab, ist, ähm, ich hab ja keine, sagen wir mal, physikalische Vorbildung, und ich hab mich halt total darauf verlassen, gut, ist peer-reviewed, schreit auch jetzt niemand ganz laut Bullshit, also jetzt in den ersten, an dem Tag, in dem es öffentlich wurde, und der Frank meinte, naja, hab's mir durchgelesen, auch in Ordnung, ähm, und ich war halt, ich hab mich da auch so ein bisschen blenden lassen von dem, ähm, dass ich das grad vor der Aufzeichnung entdeckt hatte und so, ja, dann können wir auch mal hier was, was ganz aktuell in die Sendung mitnehmen, und, ähm, ich hätte das am besten nochmal irgendwie eine Folge liegen lassen sollen und nochmal warten, bis da, bis da, bis da, ich war ja Zeit, das wäre jetzt ja durch gewesen, ja, ja, ich mein, das ist, ja, aber dann hätten wir es richtig gehabt, das ist ja, das ist ja die große Journalisten-Diskussion, will man schnell sein, oder will man richtig sein? Ja, ich, ich sag ja, also, es gibt keine zuverlässigere Methode, um dumme Menschen zu produzieren, als Zeitdruck, weil wenn du keine Zeit hast, über was nachzudenken, und einfach mal liegen zu lassen und so abzuwarten, was dein Gehirn so produziert, dann, dann wirst du irgendwie, ja, da kommt dann Dummheit raus. Genau, weil wenn das jetzt, wenn das Paper jetzt irgendwie am Dienstag erschienen wäre, oder, äh, oder vielleicht auch, Dienstag Mittwoch, dann hätten wir es nicht mehr in der Sendung gehabt und hätten einfach jetzt drüber geredet und dann wäre ja schon alles durch gewesen mit, nee, ist Bullshit, dann hätten wir das ja trotzdem nochmal schön, quasi die gesamte Geschichte erzählen können. Genau, dann hätten wir, dann hätten wir toll da gestanden, äh, mir wäre das jetzt nicht peinlich, dass ich den Artikel geschrieben habe und alles wäre super, ne? Ja. Voll fluffig. Aber es ist halt am Montag probiert zu werden und dann, also, also meine, ähm, meine, meine, lesson learned ist so ein bisschen, äh, bei Dingen, wo ich ein komisches Bauchgefühl habe, wirklich eine zweite Meinung einzuholen, ja, was, was natürlich, wenn man sowas kurz macht oder einen kurzen Text drüber schreibt, immer ein bisschen übertrieben ist vom Aufwand her und man muss natürlich auch, dass man Forscher dazu bewegen, etwas, was gerade publiziert wurde, sich erstmal anzugucken und, äh, die Forscher haben auch ein bisschen gebraucht, letztlich, ähm, deutlicher zu werden. Also, ich habe einen, äh, interviewt, den Chris Lindert, der ist, ähm, Astrophysiker, Professor in Oxford, ähm, der, der, der war auf Twitter ja auch schon, also hat so ein bisschen ausgeteilt schon am Freitag und am Montag kamen wir dann aber nochmal telefoniert und da war der viel klarer und, äh, äh, deutlicher letztlich dagegen, hat er sich dann halt schon ein bisschen mit beschäftigt. Also, die brauchen halt auch ihre Zeit, ne? Genau. Gerade in so Fällen, wo es nicht eindeutig jetzt klar ist, dass das ein Schwindler ist, ne? genau. Darin hat man ihn ja noch nicht überführt. Und eigentlich hätte ich, hätten wir oder hätte ich, ich rede jetzt mal nur von mir, ich will ja nicht von mir auf andere schließen, hätte ich ja, ähm, mir denken können, also solche Entdeckungen, die passieren ja selten von heute auf morgen. Also meistens bahnt sich ja sowas an. Äh, das ist sehr selten, dass es irgendwie so von wegen, also mittlerweile wissen wir, was er auf dem Mars entdeckt ist, kann man gleich unter der Kategorie wahrscheinlich nicht, äh, abheften. Ähm, und das hätte man, das hätte man vielleicht auch so, bei solchen Sachen, so ganz große Sachen, sollte man vielleicht immer erstmal ein bisschen köcheln lassen, so, Wow-Signale entschlüsselt, ähm, also, oder, also so, die großen Fragen, die großen, also ich glaube, so auf Listen, so groß ungeklärte Fragen der Menschheit, ist ja das Wow-Signal immer mit dabei. Also so, äh, Hinweise auf Alienleben, so Wikipedia-Liste mit Hinweisen auf Alienleben. Und ich glaube, wenn irgendwann eins davon entschlüsselt wurde, muss man da nochmal genau hinschauen, weil, wenn das jetzt irgendwie ein, sagen wir mal, ein ordentliches Forschungsprojekt gewesen wäre, so ordentlich finanziert, in Science erschienen, dann hätte sich das ja wahrscheinlich auch angekündigt, dass da was in Paper kommt. Ja, hat sich's aber hier auch, hier gab's ja auch die Vorgeschichte, wobei die eigentlich auch instruktiv schon war, ja, mit diesem Crowdfunding und den Kommentaren, die es im Thema gab, ja. ich, ich, dann folge ich vielleicht den falschen Leuten, also so, es hat sich halt in meiner, also ich folge ja auch vielen Leuten aus der, aus der Astronomie, und vielleicht, wahrscheinlich zu wenig, aber, ähm, dann hätte sich das wahrscheinlich schon angekündigt, die Leute, die das dann quasi vor der Veröffentlichung schon gesehen hätten, also keine Ahnung, vielleicht auf Arxiv irgendwie hochgeladen, die hätten das wahrscheinlich dann schon mal irgendwie, also, dass so einfach so eine Entdeckung aus dem Nichts kommt, meine ich halt. und das ist halt das, was, äh, was, was einen vielleicht immer stutzig machen sollte, was, was halt nicht passiert ist, also das, ich, ich hoffe ihr versteht, was ich meine, also. Ja, es ist selten, ne, diese, diese Heureka-Momente, also funktioniert Wissenschaft in der Regel nicht. Genau, also, ich versuche so ein Gegenbeispiel zu finden, so eine große Entdeckung, die sich aber so lange hingezogen hat. Also, was, glaube ich, das Problem mit dem Wow-Signal ist, es ist wissenschaftlich so schwierig macht, generell das überhaupt zu untersuchen, ist, dass es so einmalig ist, also, halt ein Messpunkt, und, ähm, das Ding hat sich ja, das ist ja über diese zwei Teleskopfelder geflogen, 1977, und in dem einen war es drin, und dann gab es irgendwie, äh, ein paar Minuten Pause sozusagen, wo keine Abdeckung war des Himmels, und dann ist es, hätte es in dem zweiten auch noch auftauchen müssen, und in dem war es schon wieder nicht drin. Das heißt, auch damals, das war ein sehr, ganz klar, äh, starkes Signal, aber, ein Signal, was 72 Sekunden mindestens dauerte, aber dann irgendwann ganz klar auch wieder aufhörte. Und, ähm, das kann alles und nichts gewesen sein, also technische Probleme oder, oder Artefakte am Teleskop will man damals ausgeschlossen haben, aber, ähm, also das, das muss halt auch nicht sein, ne? Blogartikel, ähm, was, was, was ist das Wahrscheinlichste, ne? Also ich meine, ähm, das ist, also diese, diese Diskussion jetzt mit dem Wausignal hat mich auch ein bisschen an diesen Tabby Star erinnert, diese, dieser, dieser, äh, Stern, der mit, äh, exoplaneten Teleskopen untersucht wurde, und da gibt es immer so komische Verdunklungen, und, äh, irgendwie ganz viele. Das ist immer zu den Dingen, die ich nun wieder nicht ernst nehme. Irgendwie da hatte ich. Ja, ich meine, das ist, das ist aber auch, das ist auch so ein wissenschaftlich interessantes Ding, also es ist irgendwie kein Planet, es sind vielleicht ganz viele, also ich habe neulich so ein schönes Modell gesehen, da wird es dann schon hinreichend kompliziert, weil das, ähm, in einem Umlauf letztlich so, so verschieden dunkel wird. Es könnte ein sehr großer, massiver, äh, Planet mit einem riesigen, massiven Ring sein, viel größer als der Ring vom Saturn, und dann gibt es in den Lagrange-Punkten von, von der Bahn noch, äh, so Trojaner-Wolken, die, äh, die, die vor- und nachlaufen, die auch riesengroß sind, ähm, also, da hat, man hat es die Wissenschaft schon schwer, sowas zu erklären, was, äh, was das hervorruft, aber da war ja auch sofort, nachdem das erste Paper dazu raus war, es kann eigentlich nur so eine, so eine, äh, Zivilisation sein, die da Riesenraumstationen um den Sternen baut, um da ganz viel Energie einzusammeln. Dyson's. aber, aber diese, diese Alien-Hypothese ist natürlich, die zieht journalistisch total, aber die ist, äh, die darf ja wissenschaftlich immer nur, dass die, die Ultima Ratio sein, so, und, und, das Wowsignal ist halt deshalb, deswegen zieht es so, so heftig, ne, und, und jetzt, äh, äh, seit, seit, seit 40 Jahren letztlich, und ich, ich finde halt, man muss auch hier sagen, was ist denn eigentlich das Wahrscheinlichste, und das ist viel wahrscheinlicher, dass einfach ein Stück metallisches Weltraumschrott oder ein metallischer Asteroid, was es ja auch durchaus öfter mal gibt, ähm, total reflektiert hat Richtung Erde, Richtung Teleskop, ja, das gibt dann halt mal eine Zeit lang eine starke Reflexion, und, äh, das kann man niemals nachprüfen, ob es das war oder nicht. Jo. Jo. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Hm. Oder, habt ihr doch so, kann man nur noch, kann man halt wirklich bloß sagen, äh, Zeit nehmen, und, und irgendwie, ein bisschen ist es immer hoffen, dass es nicht nochmal passiert, weil, äh, ich glaube, ich, ich bin jetzt Journalist seit, naja, knapp zwei Jahren, äh, ich glaube, das wird mir immer mal wieder passieren. Was übrigens noch lustig ist, so aus journalistisch, journalistischer Perspektive, ich habe mir so ein Google Alert gestellt, jetzt zum Bausignal, und man hat so schön gesehen, so in der, in der letzten Woche noch alle, ja, es waren Kometen, es waren keine Aliens und so weiter, und dann, äh, ich schwenkte das so langsam um zu, es waren vielleicht doch keine Kometen, und das ist ein bisschen fragwürdig, vielleicht waren es Kometen, zu jetzt, mittlerweile ist es wieder auf, ja, vielleicht waren es ja doch Aliens. Hm, ja, was so ungefähr, was so ungefähr, die, das letzte ist, äh, was man daraus schließen kann. Genau, aber wir sind die Diskussion noch nicht los, glaube ich. Aber wir sind schlauer geworden, immerhin. Ja. Ja, genau. Ähm, gut, dann, dann danke ich dir fürs Dasein, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wie immer sehr erhellend. Ähm, wir, wir, wir leuchten das, das Bad-Signal wieder, wenn wir, wenn wir wieder Not am Mann haben. Ja. Ähm, du kannst auch gerne Leute an uns weiter vermitteln, für den Fall, dass du sagst, hey, das, das soll mal jemand anders machen. Hast du denn, hast du denn da in der ganzen Astrophysiker, den du auf Titterfolgs irgendwie in der Liste abgelegt oder so, dass man den auch folgen kann? Also, in dem Fall habe ich, ähm, den Daniel Fischer, der heißt Cosmos4U, geschrieben. Den habe ich auch mal da. Ja, der, der macht ja diesen Skyweek, äh, Blog, äh, der, 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 der blockt schon seit, was weiß ich, seit 30 Jahren oder so. Der hat schon geblockt, als es noch keine Blogs gab. Und, ähm, der kennt unglaublich viele Leute. Und der ist halb, äh, immer noch am, äh, MPE für Radioastronomie. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht kennt er jemanden. Also, in dem Fall habe ich einfach. das Netzwerk, ein, ein, ein Knotenpunkt im Netzwerk aktiviert. Das ist, also, ich habe jetzt keine, ich habe eine, äh, Weltraum, ähm, Twitterliste, aber die ist da auch nicht zielführend. Also, in dem Fall musste ich auch graben. Es ist ja, ja, Radioastronomie ist halt auch sehr spezielles Feld, letztlich. Ist ja alles ein bisschen, also, irgendwie, umso tief man geht. Gut, dann, äh, ich glaube, wir schneiden das jetzt so in die Mitte der Folge rein. Von dem her, äh, kann der Karl jetzt Tschüss sagen, also, aber wir sind dann gleich wieder da. Genau, Auf Wiedersehen, Karl. Und, äh, wir geben dann weiter an Zukunfts-Christopher und Zukunfts-Frank. Jo. Mögen die beiden viel Spaß haben bei der Sendung. Viel Spaß gehabt haben werden, Foto, Foto 3 Präsens. Genau. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, Karl. Das war unser Gespräch mit dem Karl. Ich hoffe, damit, äh, sind auch alle Ungereimtheiten, äh, aus der Welt geschafft. Ähm, ähm, nächstes, äh, das nächste Mal werden wir dann die Sache nochmal im Zweifelsfall ein bisschen liegen lassen und nicht sofort reinspringen. Aber jetzt, äh, will der Frank uns nochmal uns zu einer anderen Rakete was erzählen, nämlich zu einer ganz niegelnagelneuen. Genau, äh, ungefähr genauso niegelnagelneu wie die indische GSLV Mark III, über die wir vorhin schon gesprochen haben, nur eben von weiter südlich, noch weiter südlich als Indien, nämlich Neuseeland, äh, die Elektronrakete. Die ist nämlich ungefähr zur gleichen Zeit gestartet. Ich müsste jetzt gucken, wie die Daten lagen, aber, äh, waren nur ein paar Wochen Unterschied. Ähm, und wir hatten irgendwie noch nicht wieder ausführlich drüber gesprochen, oder? Ne, hatten wir, wir hatten es mal nur erwähnt oder kurz drüber gesprochen. Sie ist jedenfalls relativ erfolgreich gestartet, relativ erfolgreich in dem Sinn, äh, die erste Stufe hat funktioniert, die zweite Stufe hat mehr oder weniger funktioniert, äh, also die erste Stufe hat mehr oder weniger funktioniert, ähm, und, naja, es ist, es ist für einen, für einen Testflug ist es doch sehr, sehr manierlich gewesen. Es hat nur nicht gereicht, um ein Orbit zu erreichen, so heißt, da hat es Probleme gegeben und, äh, die Firma schweigt sich ein wenig aus, was genau diese Probleme waren. Was man gesehen hat, ist jedenfalls, äh, beim Start, äh, war die Rakete, äh, etwas, ähm, ja, etwas unkontrolliert. Sie hat sich gedreht, äh, was Raketen, äh, was diese Rakete nicht tun sollte. Also manche Rakete drehen sich beim Start einfach, weil sie, äh, dreistabilisiert sind, aber die ist das eigentlich nicht. Eigentlich soll die von den Raketentriebwerken gesteuert, so gesteuert werden, dass die von alleine sich, also auf die Art und Weise stabilisiert, aber naja. Was ist die Elektronrakete? Ähm, Elektronrakete ist eine kleine Rakete, die ungefähr 10 Tonnen beim Start wiegt, 10,5. Und, äh, ja, mit Kerosin betrieben wird und flüssigem Wasser, äh, flüssigem Sauerstoff, wie man das halt so von einer einfachen Rakete gewohnt ist, hat dann eine Nutzlast in einem, äh, sonnensynchronen Orbit von 150 Kilogramm. Nominell kann, glaube ich, in niedrigen Orbit auch so 225 Kilogramm bringen. Also so, um mal hier ein paar Ausnummern genannt zu haben, was man von der erwarten kann. Äh, ich glaube, es gibt eine Elektronrakete, die schon gebucht wurde, die, äh, zum Mond fliegen soll. Da kann man sich dann überlegen, das wird dann sicherlich noch etwas weniger werden. Das sind dann bloß noch ein paar Kilo, die da übrig bleiben. Aber naja. Ähm, ist das nicht für ein Space, äh, Luna X Preis-Dings? Genau. Für welche nochmal? Soll eigentlich noch dieses Jahr fliegen, glaube ich. Ja, soll einfach noch Ende dieses Jahres fliegen. 31 Dezember ist, äh, Schluss. Ja, also, ähm, hm, wird schwierig, ne? Ja. Ähm, ja. Jedenfalls war der erste Testflug von der Rakete, ähm, innerhalb von wenigen Monaten, äh, soll die, soll der nächste Testflug kommen. Ich glaube, die haben drei Testflüge sich genehmigt, oder genehmigen lassen, besser gesagt. Äh, sag, es sah gar nicht mal so verkehrt aus, muss man sagen. Ähm, die, äh, die, die Stufentrennung hat funktioniert, äh, allerdings ist die zweite Stufe da ein bisschen außer Kontrolle geraten. Im ersten Moment, äh, hat sich dann aber irgendwie wieder stabilisiert, aber, ähm, es, es muss halt Gründe gegeben haben, warum die Rakete letztens nicht in ein Orbit gekommen ist, ist, und, äh, äh, wie gesagt, die, die Firma, äh, schweigt sich ein wenig aus. Was ist das Besondere an der Elektronrakete? Ihr Name und der Tat, und die Tatsache, äh, dass die, äh, dass die Pumpen, über die wir vorhin schon ausführlich gesprochen haben, so von wegen Haupt- und Nebenstromtriebwerke, äh, die sind in dem Fall weder noch, die sind einfach nur elektrisch, die Pumpen. Haben von daher weder Hauptstrom- noch Nebenstromtriebwerke, sondern, äh, sind einfach von der Batterie angetrieben. Ähm, und, ja, hat den großen Vorteil, ist einfache Technik. Elektromotor ist leichter zu bauen als eine Turbopumpe. Äh, die Batterien kann man sich einfach kaufen. Ähm, das sind irgendwelche Lithium-Batterien, sind allerdings keine Akkus, äh, irgendwelche Lithium-Chlorid schießt mich tot, ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, es gibt jedenfalls, äh, praktisch einen Weg, äh, Lithium-Batterien, die relativ viel Leistung bringen können und die auch eine relativ hohe Energiedichte haben. Also, wir reden da so von Größenordnung von, ich glaube, einer halben Kilowattstunde pro Kilogramm, was so, ja, zwei, dreimal so viel ist, was ein normaler Lithium-Akku hinkriegt. Aber das reicht halt schon. Äh, das reicht schon, um halbwegs konkurrenzfähig zu sein, weil, hm, wenn du eine normale Turbopumpe mit einer Turbine äh, antreibst, äh, dann machst du das ja zum Beispiel auch mit Kerosin und Sauerstoff und du kannst das halt nicht optimal verbrennen. Also, du hast zwei Probleme. Also, ähm, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem Motor, mit einem einfachen Verbrennungsmotor, den wir hier auf der Erde haben, äh, dann hat dieser Motor zur Verfügung, äh, das Benzin, irgendwie ein Kilo Benzin, in so einem Kilo Benzin, äh, oder war es ein Liter? naja, die, die Unterschiede sind nicht so riesengroß, äh, ich glaube, in dem Kilo Benzin sind sowas wie zwölf Kilowattstunden Energie drin. Dann kannst du dir überlegen, okay, ja, äh, verbrennst in deinem Motor, kommt ein Drittel raus an Energie, äh, und hast dann immer noch so vier Kilowattstunden pro Kilogramm, äh, Benzin, das da reingekippt hast. Die Batterie hat nur eine halbe Kilowattstunde pro Kilogramm. Stellt sich die Frage, wieso ist das konkurrenzfähig? Wieso kann so eine Batterie, äh, in einer Rakete plötzlich mithalten mit, äh, Kerosin oder irgendwelchem Benzin? Äh, was, was denkst du da erstmal? Ja, mh, also, wenn so eine Batterie halt viel Energie abgeben kann in kurzer Zeit, so muss er sehr schnell drehen können. Ne, es geht hier mehr um die Energiemenge. Achso, warum, warum so ein Liter Benzin, also warum so eine Batterie mithalten kann mit so einem Liter Benzin? Ja, obwohl der Liter Benzin ja eigentlich viel mehr, viel mehr Energie hat als die Batterie. Ja, wahrscheinlich nimmt die Batterie aber weniger Platz weg für die gleiche Energiemenge. Nö, es geht ja nur um Masse, es ist ja eine Rakete. Äh, ich bin gerade überfragt. Ja, äh, ja, der Witz ist, äh, wenn du Benzin hast, dann verbrennst du das. Und wenn du Benzin verbrennst mit einem Verbrennungsmotor, äh, dann verbrennst du dann nicht nur das Benzin, sondern vor allen Dingen auch die Luft, die du brauchst, damit da überhaupt irgendwas brennt. Und die musst du natürlich in so einer Rakete mitschleppen. Achso, ja, gut, ah, das ist das Erste. Ja, gut. Ne, das ist das Erste Problem. Ähm, wenn du die Luft mitrechnen würdest, die du brauchst, um Benzin zu verbrennen, äh, dann kämpfst du so auf Werte, naja, die mehr als dreimal so groß sind. Also du brauchst dreimal so viel, äh, Masse, um die gleiche Energiemenge rauszubekommen. Dann sind wir aber immer noch nicht so richtig gut, ne, weil, ähm, die, diese Turbinen, äh, die, die benutzt werden, um die, um die, äh, Pumpen anzutreiben, die sind eigentlich ziemlich effizient. Also die kommen so auf 50 Prozent oder so. Ähm, es liegt vor allen Dingen an den relativ hohen Betriebstemperaturen und daran, dass die nicht allzu lange halten müssen. Es ist jetzt keine Turbine, die in einem Kraftwerk irgendwie zwölf Jahre halten muss oder so, sondern bloß ein paar Minuten und da kann man sich ein bisschen mehr erlauben, ne. Deswegen können die relativ effizient sein. Ähm, ja, aber das ist halt jetzt erstmal nur so ein Faktor drei und, äh, der Unterschied ist eigentlich noch viel größer. Naja, das Problem ist halt, wenn du jetzt im optimalen Verhältnis, äh, Sauerstoff und, ja, Sauerstoff und Kerosin verbrennen würdest, dann hättest du einen perfekten Schneidbrenner, äh, mit dem du dann deine Turbine schmelzen könntest und dann irgendwie geschmolzene Turbinenteile hinten rausschießen könntest. Das bringt nicht so viel Schub, wie man gerne hätte. Folglich, äh, muss man sich überlegen, wie kriegen wir es hin, dass die Temperaturen nicht so hoch sind und, äh, dann muss man irgendwie das Ganze abkühlen. Ähm, in der Ariane 4er-Kette oder Ariane 1 auch, hat man, also diese Viking-Triebwerken, die ja auch in Indien benutzt werden, äh, da macht man das mit Wasser, äh, da kippt man irgendwie noch ziemlich viel Wasser mit rein, damit das Ganze kälter wird. Das Wasser hat natürlich keinen Energiegehalt, also, ja, ne, ist halt mehr Masse und, äh, relativ viel noch dazu. Äh, was man bei so Kerosin und Sauerstoff macht, ist nicht, dass man irgendwie Wasser einspritzt, sondern, äh, man nimmt einfach stattdessen noch ein bisschen mehr Kerosin. Äh, ein bisschen mehr ist gut, also, man benutzt ungefähr so zehnmal so viel Kerosin, wie man normalerweise benutzen würde. Also, es ist, äh, äh, es ist wirklich ein heftiger Unterschied. also die, die, die Energiedichte von, der, der, ähm, der Treibstoffverbrauch von so einer Turbo, also von der Turbine, die die Turbopumpe antreibt, ist extrem. Extrem hoch und das Gesamtsystem ist eigentlich ziemlich ineffizient. Und deswegen ist es möglich, dass, äh, die aktuellen Batterien, die man so hat, äh, durchaus mithalten können mit der Energiedichte. So fast zumindest. Und dass man dann, äh, eine relativ, einen relativ ordentlichen Druck in der Brennkammer entwickeln kann, äh, mit Batteriebeantrieb. Und halt, wie gesagt, äh, in der Entwicklung sehr viel, äh, billiger, auch in der Herstellung billiger. Und, ähm, ja, das ist halt, äh, der Hintergrund von der Elektronrakete. Ähm, ein Start kostet sowas wie fünf Millionen Dollar. Das ist in Anbetracht der relativ niedrigen Nutzlast, allerdings immer noch ziemlich viel. Na, also, äh, die, ich glaub, die, die Falcon 9 Rakete ist mindestens ein Zwölftel, warte mal, die Elektronrakete ist, glaub ich, zwölfmal so teuer, wie die, wie die Falcon Rakete bezogen auf die Nutzlast. Also, ähm, ja, ähm, der Witz, warum man sowas verkaufen kann, ist halt einfach, äh, lass mich mal ganz kurz noch das ausgüren. Äh, der Witz, warum man so eine Rakete verkaufen kann, ist, dass kleine Satelliten relativ schwierig, äh, äh, zu platzieren sind im Orbit, wenn man sich irgendwie vorgestellt hat, ich will jetzt meinen Satelliten in genau diesen Orbit, äh, platzieren. Weil, äh, es gibt einfach kaum kleine Raketen, so heißen, die müssen immer als Passagier mit irgendwas anderem mitfliegen. Und wenn nicht zufällig irgendwas genau dahin fliegt, wo man hin will, äh, dann hat man Pech. Das ist immer so dieses Anhalterprinzip, ne, per Anhalter in den Orbit. Mhm. Ja. Ähm, meine Frage, also das sind jetzt einfach ganz normale Lithium-Ionen-Batterien. Also, normalerweise nicht, aber. Nee, 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 ach, frag mich jetzt nicht, ich komm grad nicht drauf, wie die, äh, wie die Dinger heißen. Äh, also, aber schon Lithium-Ionen, in irgendeiner Weise. Irgendwas mit, irgendwas mit Lithium ist es, ähm, 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 muss kurz, ich muss kurz gucken, wie die heißen, Thio, Thionylchlorid, ne, glaube ich, ja, genau. Lithium-Thionylchlorid. Du wolltest wissen. Lithium-Thionylchlorid, okay. Glaube ich zumindest, dass die waren. Aber die arbeiten schon mit, mit Batterien, das sind keine Kapazitoren, wie nennt man die auf Deutsch, Kapazitoren? Äh, Kondensatoren. Kann, also, da wird nicht ein riesiger Kondensator aufgeladen, der dann die Energie auf einen Schlag abtippt. Nee, nee, das sind, das sind einfach bloß ganz normale Batterien, so wie du halt irgendwie eine, eine Batterie für, was weiß ich, für ein Hörgerät oder sonst was kaufen kannst. Äh, nicht aufladbare Batterien sind ja heutzutage nicht mehr so häufig anzutreffen, wie das noch in meiner Jugend. Also keine Akkumulatoren, keine Akkus. Genau, keine Akkus, sondern so Einweg-Batterien halt. Ah, äh, okay, also so sehr große Doppelarbeitung. Sehr große Einwege sind halt, werden die, ich meine, die Dinge stürzen dann ins Meer und, äh, dann redet man nicht mehr drüber. Ach, Gott, eigentlich sollte man ja keine Batterien ins Meer werfen. Ja, äh, ich weiß gar nicht, was da alles noch drin ist in diesen Lithium-Thionil-Dingen. Äh, also klar, Schwefel und, und irgendwie Chlor, was halt alles Zeugs ist, dass du mehr sowieso hast, Lithium sowieso, Lithium ist jede Menge mehr Wasser. Äh, ich weiß aber nicht, ob da nicht noch irgendwas anderes sein könnte. Da wären auf jeden Fall die Fische nicht schizophren. Äh, ja, gut zu wissen, ne? Schizophrene Fische, mh. Äh, okay. Heute etwas unkoordiniert mal wieder. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, also, sind koordiniert halt sonst. Ähm, hast du noch was zu Elektronenrakete? Klangst du fertig? Elektronenrakete. Wie gesagt, es bleibt noch abzuwarten. Ähm, der erste Flug sah für einen Testflug echt gut aus. Man denke so an SpaceX. Äh, SpaceX hat den, also den beim, beim ersten, äh, der erste Start der Falcon 1 Rakete. Äh, man erinnert sich vielleicht, der ein oder andere daran, äh, das Ding ist gestartet und nach, ich glaube, 37 Sekunden explodiert, weil eine Treibstoffleitung undicht war. Und sie war undicht, weil man dort eine Mutter benutzt hat. Diese Mutter bestand aus Aluminium. Und weil man damals noch, äh, in Kowalain, also in irgendeinem, äh, 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 gestartet werden, äh, da stand die Rakete halt die ganze Zeit rum und Seeluft ist zwar gesund irgendwie, sagt man ja, aber sie ist nicht gesund für Aluminium-Muttern, äh, die ist daraufhin korrodiert durch das Chlor und so weiter und, äh, ja, da ist da was kaputt gegangen und dann hat man sich ein wenig am Kopf gegriffen und gesagt, naja, Chlor, klar, äh, 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 weil, weil Salz und so. Ach so, ja, Chorsalz. Natriumchlorid, genau. Ja, stimmt. Nee, da war was. Was passiert, wenn mehr Salz ins, 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 äh, in den Pool kippt? Äh, dann, dann hast du Salzwasser im Pool. Ja, das auch, ähm, wusstest du, dass man, dass man, äh, Paprika und, äh, schwarzem Pfeffer nicht zusammenbringen darf? Weil dann auch ein, weil dann auch, ähm, eine Chemikalie entsteht, was dir die Arme aufätzen kann, wenn du's, wenn du damit hantierst? Ui, nee, wusste ich noch nicht. Also, ähm, jetzt wüsst du das. Ich hab noch, ich hab noch gemerkt, äh, wenn ich, äh, wenn ich mit, äh, einem nicht Edelstahlmesser, sondern so mit so einem Eisenmesser, äh, Peperoni schneidet, dann haben die die Tendenz zu rosten. Ja. Das finde ich sehr, alles weil, alles weil Chemie. Das wusste ich nicht. Und ich hab keine Ahnung, warum das ist. Ich muss da irgendwann mal recherchieren, warum das so ist. Vielleicht haben wir ja einen Chemiker im, im, in der höheren Schaft. Ein Chemiker anwesend. Ist ja ein Chemiker anwesend. Ich will wissen, warum meine Peperoni meine Messer verrosten lässt. Das ist Kapsaicin, äh, sind die scharfe oder die scharfe? Das wollen wir nicht, wahrscheinlich irgendwas anderes. Die sind recht scharf. Also das ist so eine klassische, so von Kaufland, einfach bloß so ein Glas mit Peperoni halt, äh, eingelegt halt. Vielleicht liegt's an der Lage, die da, die eingelegt hat. Das kann natürlich sein. Das ist wahrscheinlich, äh, Salz. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, wenn du durch bist. Hey, wir sind, wir haben den, wir sind zu, wir sind von SpaceX zu Peperoni gekommen. Und jetzt wieder zurück. Raumfahrt. Genau. Sehr schön. Genau. Und jetzt kommt, weil ich ja kein Thema hatte, hab ich die Meldung vorbereitet. Ich hab jetzt sozusagen so ein Kesselbuntes an, äh, Raumfahrt dabei. Und wir fangen natürlich wie immer mit SpaceX an. Hey, hey. Nee, warte mal. Du hattest noch was mit einer kleinen Rakete gehabt. Wir hatten gerade eine kleine Rakete. Schau doch mal in den Ablaufplan. Ja, ja, wunderlich Pfeifer. Jetzt machen sie mir nicht meinen Ablaufplan kaputt. Ich und Ablaufpläne, das ist doch, dann muss ich mich doch an Pläne halten. Ja. Okay, dann mach. Muss noch gar nichts sagen. Also, das schon, aber muss nicht. Ähm, genau, SpaceX darf das X-37B starten. Also, wer vergessen hat, was das X-37B ist, das ist, ähm, das kleine und geheime Space Shuttle, ähm, der, das so geheime ist, dass jeder davon weiß. Gut, ja, gut, die Freimacher sind auch geheim, haben sie trotzdem eine Webseite. Genau, ja. Also, ich meine, das geheime ist eher, was man damit macht, nicht, dass es existiert. Das, das, das offenste Geheimnis, äh, des US-Militärs. Ja, genau. Also, das X-37B ist etwa, einem zu einem, also, Maßstab 1 zu 4 großes Space Shuttle, ähm, unbemannt, äh, was, ähm, schon auf reichlichen Missionen war, zuletzt ja vor ein paar Wochen erst, äh, wieder gelandet, nach einer mehr als einjährigen Mission im All. Und, hat, und hat dabei, äh, äh, Ionentriebwerke getestet, genau. Oder Plasmatriebwerke, irgendwas in die Richtung, äh, allerdings kommerzielles Zeugs. Und, äh, das ist also, äh, so von wegen militärisch-industrieller Komplex und so weiter, da sieht man das so live in Action. Ja. Und das alles mit einem, äh, pseudo-geheimen, äh, Raumschiff. Ja, ja, ist alles nicht so ernst. Ähm, genau. Und die fünfte Mission, das XM30B, das darf jetzt, äh, SpaceX starten. Also, die vier anderen wurden immer mit einer Atlas V gestartet, aber jetzt, ähm, wurde relativ kurz vor dem Start, ähm, der ist nämlich für August geplant, bekannt gegeben, dass es, ähm, mit einem, äh, mit einem, äh, mit einer Ferkel 9 gestartet wird. Ist damit auch der erste Start, ähm, für SpaceX, den sie für die Air Force durchführen. Sie hatten davor schon einen, äh, Vertrag für einen Start von einem neuartigen GPS-Satelliten, aber der erfolgt erst, äh, später im Jahr und ich glaube auch erst nächstes Jahr. Ich glaube, ja, also auf jeden Fall nach dem XM30B. Und auf der fünften Mission, so viel haben sie uns verraten, ähm, wird die Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader getestet. Also ein, ähm, Wärmeleitsystem, was in diesem Raumschiff anscheinend irgendwie, eingebaut ist und sehr advanced ist. Mehr wurde darüber auch nicht verraten. Ähm, was noch ganz interessant ist, ist ja die Frage, warum, äh, warum sind sie jetzt von, äh, von der Adidas sind auf die Völkern angegangen? Also, wollte die ULA nicht mehr und anscheinend wollte sie schon gerne. Ich sage, ich erwähne dazu immer wieder mal RocketBuilder.com. Warum? Warum? Weil das, ja, das ist die Seite von der ULA und da kannst du dann gucken, was für Preise dahinter sind. Da gibt's auch irgendwie diese Terms and Conditions irgendwo und da steht dann nochmal alles, was da nicht dabei ist. Und, äh, ja, also die sind halt irgendwie doppelt bis dreimal so teuer oder so. Das war doch nicht, war doch nicht neulich irgendwie so, ging so eine Rechnung von, äh, es gab, genau, es gab einen Artikel von Ars Technica, die behauptet haben, äh, ULA-Start kostet 493 Millionen Dollar. Äh, äh, und dann, kommt drauf an, welche, also, also Delta 4 Heavy oder so auf jeden Fall. Und dann, ähm, hat sich Tori Bruno beschwert, dass Ars Technica sich da irgendwie verrechtet hat und dann hat, äh, Elon Musk ein bisschen Tori Bruno gefrotzelt. Ähm, also muss man auch nochmal aufbearbeiten, was da passiert ist. Auf jeden Fall, ähm, die ULA wurde anscheinend erst gar nicht gefragt, also Tori Bruno hat so gesagt, ja, sie haben die Chance nicht bekommen, mitzubieten bei diesem Start. Was, äh, also nach der, Wortwahl klingt das so, als hätten sie schon gerne mitgeboten, aber sie wurden einfach nicht mehr gefragt, ob sie da noch mitmachen wollen bei dem Wettbewerb. Und, ähm, war wahrscheinlich so, die Air Force hat sich einfach dafür entschieden. Irgendwann auch die Frage, müssen solche Sachen nicht ausgeschrieben werden? Anscheinend nicht. Also in Europa muss ja das irgendwie dann gleich europaweit ausgeschrieben werden. Ja, es gab ja lange, lange, äh, Zeit, äh, die, ja, es gab ja lange Zeit, die, die, für, äh, ja, den Standard, dass halt niemand gefragt wurde, weil es gab ja sowieso bloß das Monopol und, äh, dann wurde das an die vergeben, von daher ist das ein bisschen späte Gerechtigkeit. Ja. Äh, es kann allerdings auch sein, dass das, äh, jetzt einfach bloß die Trump, äh, äh, beschlossen hat, zu sagen, äh, ULA ist irgendwie Old Space und jetzt wird nur noch SpaceX gefragt. Ich meine, ähm, äh, naja, äh, äh, du, ein gewisser Elon Musk war in einem dieser Beraterstäbe gewesen. Er hat ja, nach dem, nachdem sie aus dem Paris, da ist er raus, unter Protest ausgetreten. Also, also, äh, Headline ist, naja, ich, ich glaube, äh, es, es passt in die Ideologie von Trump mit rein, das zu sagen, so ist. Ja, gut, weiß man nicht. Also, Headline ist, ähm, SpaceX startet Ende August oder im August, ähm, das X37B, ähm, wird wahrscheinlich auch wieder gefilmt, verbreitet, also, klar, man sieht dann, ich weiß nicht, ob sie in dem Fall, ne, werden sie wahrscheinlich auch nicht zeigen, wie das ausgesetzt wird, ist ja dann trotzdem alles geheim. Ja, schön wär's natürlich. Äh, wir wissen ja, wie es aussieht. Vielleicht können sie es ja, vielleicht können sie es ja, vielleicht können sie es ja irgendwie, äh, die Leute überreden, dass sie das mal zeigen. Ja. Weil, äh, die Nutzlastverkleidung von dem, äh, von dem Raumschiff selber, die bleibt ja zu. Und, äh, die Bilder, wie das Ding ausgesetzt wird, äh, die wären mit Sicherheit ikonisch. Und, also, früher oder später, naja, ich weiß es nicht. Oder die freuen sich halt, dass sie es geheim halten können. Ja, denke ich schon. Kann ja auch sein. Gut, das war die SpaceX, äh, die SpaceX-Meldung für diese Folge. Äh, kommen wir zur NASA selber. Die haben nämlich zwölf neue Astronauten, Astronautinnen vorgestellt. Ähm, was man halt so macht, äh, neue Astronauten-Klasse. Ähm, das ist offiziell die NASA Astronaut Group 22. Also, seit den Mercury 7, glaube ich, äh, dann halt die 22. Ähm, Klasse an Astronauten, wenn ich nichts, ähm, falsches sage, denke ich schon. Sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht so limitieren. Waren die das alle drei Jahre oder wie? Ja, könnte hinhauen. Äh, wären dann 66 Jahre. Ja, genau. Ähm, ab, äh, naja, 51. Was denn dann, vielleicht gibt's NASA Astronaut Group 1, gibt's das? Ne, NASA Astronaut Group 1 war nämlich die Mercury 7. Genau. Äh, also, so, alle drei Jahre haut nicht ganz hin, aber so im langfristigen Schnitt so ungekehrt. Ja, fut. Vier Jahre, sagen wir mal, drei, nee, weniger. Ah, zwei Jahre. Weil ansonsten wäre ich doch, äh, ansonsten, äh, ansonsten hätten die die erste schon 1951 haben müssen. Und 1951 hatten wir noch keine offizielle, gab's noch nicht mal die NASA. Ja, gab's die NACA. Die NACA, genau. Die NASA, wann wurde die gegründet? 63 oder so? Ähm, das musst du irgendwie nach der, auf jeden Fall nach der Kennedy-Rede, oder? Die NASA wurde, ähm, genau, also die NACA gab's bis 58. Oh. Okay. Und danach haben sie die gegründet, nach Sputnik war das. Oho. Ja, also, ähm, äh, ich bin da nicht so ganz tief drin, aber sieht so aus, dass sie die erst nach Sputnik gegangen, gegründet haben. Nee, also, also schon, schon nach Sputnik. Ich dachte erst, äh, nachdem Kennedy gesagt hat, wir wollen zum Mond. Nee, da, da waren sie ja schon mitten dabei. Da waren schon. Ja. Okay, ja. Ja, okay, das war jetzt irgendwie. Da hat sich ja Kennedy schon irgendwie die ersten Saturn-Fünf-Dinger, nee, nee, das war was anderes, glaub ich, ich glaub zwei Tage bevor er erschossen wurde, hat er sich, glaub ich, so die ersten Saturn-Fünfen angeschaut. Okay. Ähm, genau, also, eine neue Gruppe, so spannende, so Ausreißer-Kandidaten gibt's nicht, sind zwischen 28 und 42 Jahre alt. 18.300 Bewerberinnen und Bewerber. Genau, sieben Männer, fünf Frauen, also fast Frauenquote von 50 Prozent, auch so, so quasi von, von ethnologischer, oder irgendwie Herkunft, auch schon, ich hab das jetzt nicht nachgerechnet, aber schon gut durchmischt, also, ich denke, die wurden noch vor Trump, ähm, ausgewählt. Jetzt wüsste ich natürlich gerne mal die, die Bevölkerungsverteilung, oh, wie heißt denn das, äh, was meinst du? Die nach Alter geordnete Bevölkerungsverteilung von den USA. Die, meinst du die Alterskurve? Ja, genau. Keine Ahnung, dauert mir zu lange rauszusuchen. Such du mal, ich rät mal weiter. Ja, ich wollte, ich wollte bloß gerne wissen, wie viele Menschen gibt es in den USA zwischen 28 und 42 Jahren. Ja. Und, äh, also, wie viele von 1000. Haben sie davon beworben. Genau. Ja gut, 300 Millionen, das müssen schon so ein paar Millionen Leute geben. Ja, ja, klar. Klar, aber, aber ist es, ist es mehr als einer von 1000? Ja, ich glaube, das ist unter einem Promille. Ja. Ich würde sagen, ich würde denken, es ist drüber. So überaltert ist ja die USA gar nicht. Das ist ja, das ist ja Deutschland, die so alt sind. Auf jeden Fall, ähm, sind wie immer Kampfpilotinnen und Kampfpiloten dabei, klar, Ingenieure, Physikerinnen und Physiker und Meeresbiologen und Meeresbiologen, also das ist jetzt nur so auswahlmäßig. Es sind halt einfach Leute dabei, die wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit erreicht haben, also so, ähm, Professoren von, also so irgendwie mit 28 MRT-Professoren sind und solche Sachen, also einfach Leute, die unheimlich schlau sind, ohne Zweifel. Ähm, was interessant bei der Vorstellung ist, es wurde kein Wort über die sogenannte Journey to Mars verloren, was ja so, äh, das, das Schlagwort unter Obama war. Es wurde Mars noch nicht mal als Planet genannt. Ähm, und es sieht so aus, als, die NASA hat ja auch keine Pläne dazu, ne? Also die, die haben ja, die haben ja, also im Sinne von, die, die haben halt, die haben halt keine Pläne, ne? Die, die haben eine Rakete, aber keine Pläne, was sie da machen wollen. aber, du weißt doch, dass sie halt die letzten Jahre immer wieder quasi, dass dieses Journey to Mars Ding einem um die Ohren gehauen haben. Ja, obwohl, es war doch immer wieder Beyond, nee, wie, Translunar Space und sowas, ne? Ja, genau, Cis-Lunar Space. Cis-Lunar Space, genau. Genau, das ist jetzt auch das neue Ding, also man erscheint so, die sich der Fokus, jedenfalls im PR-Marketing, auf, wieder auf den Mond zu wechseln. Ich meine, die ESA ist ja mit Jan Wörners Moon Village ja schon bei dieser, bei dieser Mond-Marketing, wie man es jetzt mal nennen möchte, ganz weit vorne. Ich denke, dass das auch, also realistisch wird man nicht am Mond vorbeikommen, um zum Mars zu kommen. Es gibt ja diesen Aufkleber, you need to be a lunatic to become a Mars, nischen. Kennst du den? Ja. Ja, habe ich irgendwann mal gelesen. Erinnert mich natürlich sofort wieder an James Watt. What? Ja. Was war der? Weil, der war, der war Teil der Lunatic Society. Ah ja, okay, die so mit Raketen, mit Kanonen auf den Boden schießen wollen, oder wie? Nee, ach, das war einfach bloß in, im ollen England, so eine Gruppe von besser gestellten Intellektuellen, wie James Watt zum Beispiel. äh, oder, ich glaube, Christopher Wren, nee, das war ein anderes, anderes Jahrhundert, falsches Jahrhundert, ähm, die sich halt einfach bloß, äh, getroffen haben, und, äh, als Zeitpunkt immer den Vollmond genommen haben, weil Straßenbeleuchtung war damals noch nicht so, und da gab, da war dann einfach, als wenn sie spätabends dann wieder weggegangen sind, mehr Licht. Ah. Deswegen Lunatic Society. Ah, okay, das ist natürlich praktisch. Oder Lunar Society, und haben sich dann Lunatics genannt, oder irgend sowas, äh, das war allerdings auch schon damals so aus, aus Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, also, wie gesagt, mal Astronautenklasse, kann man sich mal auf der, auf der Seite der NASA sich da durchklicken, durch die Fotos, ähm, ganz lustig, dass alle, auch wenn sie nicht bei der US Air Force sind, äh, im, äh, vor allem, vor allem im Kampfjet fotografiert wurden, ähm, weil die NASA hat ja auch eigene Kampfjets, ich mein, braucht man schon eine Fliegerausbildung. Ist ja auch, äh, ist ja auch die, äh, was war das, National Aeronautic and Space. Genau, also, das, das eine A, da steht nicht für Awesome. Ja, genau. Genau, ähm, ich hab mich erneut nicht mal, obwohl das für Amerika ja, äh, naja, egal. Ich hab mich ja neulich mal gefragt, was eigentlich dagegen spricht, ähm, querschnittsgelähmte Astronauten einzusetzen. Äh, äh, Kontinents? Naja, die haben ja sowieso Windeln an. Und querschnittsgelähmte bedeutet ja nicht unbedingt, dass du, äh, inkontinent bist, beziehungsweise da, also, also, es ist die Frage, ist die Frage, also manche sind, manche sind halt einfach bloß gelähmt und haben. Ja, oder generell Leute, die halt so, keine Ahnung, Muskelatrophäen in den Beinen haben, also, ich frag mich halt, also, naja, gut, hier, hier Dingen, Stephen Hawking will ja. Ja, stimmt, genau. Seit Ewigkeiten. Ja, also, ich frag mich halt, ob das einfach jetzt nicht irgendwie vielleicht mal, also, ich mein, das gibt ja auch sehr kluge Menschen, die wahrscheinlich auch sehr viel leisten können im Weltraum, die halt einfach im Rollstuhl sitzen aus diversen Gründen. Ja, also, ich, ich finde diesen, diesen, diesen Fitnessfetisch bei den Astronauten sowieso irgendwie etwas merkwürdig. Ja, das ist halt noch damals, als die, sie wollen halt alle so ein bisschen wie die Mercury Seven sein, so diese All-American Boys und jetzt auch Girls mal nach 20 Jahren dann. Ja, ich weiß es nicht, also, ich, ich finde das, ich finde das merkwürdig, weil ich glaube, so groß sind die Anforderungen nicht und wir sind leider, da ist das etwas zu spät, um den Thomas Reiter zu fragen. Äh, also, wie er das einschätzt, ist, wie, wie die, wie die Anforderungen dann tatsächlich. du musst schon fit sein halt dafür, aber, also, fit ja, aber, aber nicht, nicht, nicht übertrieben. Die Sache, die ich meinte, ist halt, du musst nicht unbedingt laufen können, um ins Weltall zu fliegen, du musst genau genommen gar nicht laufen können, um ins Weltall zu fliegen, weil da schwebst du ja sowieso nur rum. Genau, bist sowieso bloß Passagier. Genau, also eigentlich müsste man sich, müsste man, äh, einen nur, weil, wenn du halt landest, wirst du sowieso rumgetragen. Ja, ähm, es sei denn, du landest und der Helikopter findet dich nicht. Gut, bist ja nicht alleine. Und du, und du bist noch in der Wildnis und, äh, musst dich dann gegen, gegen Wölfe wehren, was ja mal passiert ist. Ja, deswegen, äh, gab's, glaub ich, Waffen an, an Bord der Soyuz. Ja, die wurden, die wurden irgendwann in 80, äh, in 80er Jahren, oder 90er Jahren, wurde die dann abgeschafft. Ähm, gibt Videos davon, äh, ich, ich werde mal auf YouTube irgendwie rumgrasen, ich meine, es gibt amerikanische Waffen nahe und mehr als genug, äh, die auch mal ihre Hände an sowas bekommen haben, das Ding ist ziemlich faszinierend. Äh, äh, also da ist, da ist eine Schrot, also du, du hast doch die Möglichkeit irgendwie Schrotpatronen abzufeuern, du hast, äh, äh, Patronen, du hast, äh, der, so eine, so eine Schulterstütze, die aber gleichzeitig auch, äh, ein Messer ist und so weiter, das Ding ist ziemlich faszinierend. Ja. Gut, das war's zu Astronauten, zu neuen Astronauten-Klasse der NASA. Ähm, ach, wieder was zu SpaceX, dadurch, dass irgendwie nicht gruppiert diesmal. Auf jeden Fall, ähm, SpaceX ist ja letztes Jahr eine Rakete um die Ohren geflogen. Ähm, äh, genauso wie vorletztes Jahr, mal gucken, ob diese Tradition hält. Genau, letztes Jahr war es der AMO-6-Satellit, ähm, der, also nicht der Satellit selber, sondern die Oberstufe, die beim Betanken, äh, falsch betankt wurde und, äh, also, schon geplant, aber das hatte irgendwie einen Fehler, den sie halt danach ausgemärgelt haben. Und dann ist die Rakete beim Betanken, explodiert. Und, ähm, das, äh, Space Launch Complex 40 Pad, ähm, wo die Rakete drauf stand, wurde doch mehr oder weniger stark beschädigt, nicht komplett zerstört, ähm, aber muss jetzt halt repariert werden. Wird halt ziemlich, wird halt ziemlich heiß dabei. Genau. Ähm, und, ähm, wenn du so ein paar hundert Tonnen, nein, nicht ein paar hundert Tonnen, aber so hundert, hundertreichlich hundert Tonnen Kerosin hast, die dann mal eben relativ schnell verbrennen, das, das wird recht heiß. Ja. Genau. Und SpaceX hat jetzt angekündigt, dass sie die, dieses SLC 40, also Space Launch Complex, Launch Pad 40, ähm, lange Name, ähm, dass sie das bis zum Ende des Sommers reparieren wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Indikator, ähm, wann sie die Falcon Heavy, also den ersten Flug der großen Falcon Rakete, äh, machen wollen, weil das ist der Hauptgrund, warum die noch nicht geflogen ist zur Zeit. Und nicht, weil das, äh, wie man annehmen könnte, von dort aus fliegen soll, sondern weil man, ähm, dieses, äh, Pad, was sie kaputt gemacht haben, das brauchen sie für die ganzen anderen Falcon 9 Missionen, weil das Launch Pad, ähm, 39A, also wo jetzt gerade die Starts von SpaceX stattfinden, ähm, ist ja dieses historische, wo ja schon Apollo 11 von gestartet ist, hat glaube ich jetzt gerade den hundertsten Start hinter sich, ähm, das muss für 60 Tage lang stillgelegt werden, damit sie das so umbauen können, damit sie von dort die Falcon Heavy starten können. Also sie brauchen quasi zwei Pads, damit sie eins umbauen können und von anderen immer noch Raketenstarts ausführen können. Ah, okay. Genau, ähm, und was jetzt dort gemacht werden muss, ist nämlich der Tail Service Mast, also, ähm, Tail, also das untere Ende, gibt es so kleine, äh, Service Masten, die, ähm, äh, ich glaube nicht in dem Fall, aber bei, zum Beispiel beim, ähm, Space Shuttle hatten sie auch die, äh, Holding Clamps dort angebracht, auf jeden Fall sind das so kleine Masten, wo halt, ähm, wie schon gesagt, der Service, ähm, ist halt Tankschläuche und alles mögliche, wird dann halt an die Rakete von dort angedockt und, ähm, die sind nicht so stark in die Mitleidenschaft gezogen worden, weil halt die Rakete am oberen Ende explodiert ist, ähm, ähm, aber SpaceX hat sich jetzt dazu entschieden, die doch komplett auszutauschen, weil das einfach günstiger und schneller geht, als zu schauen, wie man halt diese Teile dann noch reparieren kann, klar, muss halt nur ein neues Teil bestellen, anstatt irgendwie lauter Einzelteile für das alte Teil, ähm, genau, und SpaceX nimmt immer noch einen Falcon Heavy Start für Late Summer, ähm, aber im NASA Space Flight Artikel, sagen wir mal September, ja, genau, meinten sie auch, wird also eher Herbst werden, jo, genau, mhm, also das wollen sie bis Ende des Sommers auf jeden Fall reparieren und dann können wir, können wir quasi von dort an, äh, stündlich mit einem Falcon Heavy Start rechnen, genau, also die, die, das Jahr hat, das Jahr hat zum Glück nur 8.760 Stunden, von daher, so viele Stunden sind es nicht, genau, stündlich, ähm, die, die Einzelteile der Falcon Heavy kommen ja auch so, so nach und nach auf der McGregor Air Force Base an, und, äh, werden dann auch dort zusammengesetzt und, äh, nach einer Zeit ausgefahren. Der, der zentrale Buster ist neu, die, die zentrale Stufe und, äh, die Seitenbuster sind einfach wiederverwendete, äh, von dem großen Fundus, der sich langsam, aber sicher angesammelt hat, äh, kommen dann halt zwei Seitenbuster dazu, ähm, ja, morgen, äh, und, äh, da kommt dann wieder, äh, zu, äh, dann, dann wisst ihr, wann wir das aufgenommen haben, äh, du würdest sagen, der Bulgarian sagt, das haben sie verschoben gerade. Das haben sie gerade verschoben, ja, äh, ich, ich wollte gerade sagen, äh, machen wir bei der Raketen, machen wir bei der Raketenverhersage. Genau. Nicht wegen dem Wetter, ich erkläre es dir gleich. Ähm, gut. Oh, war nicht, okay. Dann haben wir, gut, SpaceX haben wir uns abgehandelt, kommen wir zur Proton-Rakete, denn die fliegt nämlich wieder. Nach fast einem, einem Jahr Pause, also, fast auf den Tag, ähm, sind sie ein Jahr jetzt nicht geflogen. Der letzte Flug. Könnte eine der größten Pausen gewesen sein. War auch der, für die Proton, ne? Ähm, ich glaube, ja, ähm, und, äh, ich glaube, die zweitlängste war irgendwann Mitte der 60er. Boah. Also, das will wirklich was heißen, also da, da hat, da hat ein klein wenig was im Argen gelegen. Genau, also der letzte Start war, äh, Intel sat 31 vor einem Jahr. Und bei dem Start, äh, der zwar erfolgreich war, aber es gab Performance-Schwächen bei der Oberstufe. Und dann hat man gesagt, okay, das müssen wir jetzt erstmal untersuchen, warum die Oberstufe nicht so performt hat, wie wir das wollten. Ähm, ähm, damals haben sie noch gesagt, ja, bis Sommer 2016, wird das behoben werden. Ähm, und dann, wie wir ja, also, Countdown Podcast berichtete, ähm, kam ja raus, dass fast alle Triebwerke der Proton auf irgendeine Weise defekt waren und man alle überholen musste. Und das hat jetzt halt… man hat irgendwie ein zu billiges Material benutzt. Also, man hat halt ein Material vorgeschrieben und der Hersteller hat ein anderes genommen, als billiger war, äh, was dazu geführt hat, dass man so eine, so eine gewisse Chance hatte, dass das Ding einfach einem um die Ohren fliegt, beim Start und das ist ja dann auch öfters mal passiert. Genau. Ähm, genau, und das hat… Also öfters mal, es war halt so, ne, so diese, diese, also 80, 90 Prozent Chance hattest du immer noch, dass es funktioniert, aber das ist halt in der Raumfahrt jetzt nicht so richtig akzeptabel. Ja, hat schon viel Technik, die dann dann um die Ohren fliegt. Also, mein, mein liebstes Fehlvideo von der Protonrakete ist ja, als ich mal die Lagesensoren falsch rum eingebaut habe und die dann eine 180-Grad-Wende so auf dem Halbweg gemacht hat, welches sonst? Also, was könnte sonst das Lieblingsvideo über die Protonrakete sein? Also, ich glaube, es gibt kein besseres. Ich verlinke es auf jeden Fall mal, ist sehr sehenswert. Also, es ist schon erstaunlich, wie schief so ein Raketenstart gehen kann. Ja, das hat mir an 40er Jahre erinnert, als an 2010er Jahre. Ja. Nette Zahl, seit 1965, also seit die Rakete in Betrieb genommen wurde, hatte sie 400 Starts hinter sich. Ja. Was beeindruckend ist für eine Rakete? Hm. Findest du nicht? Ja, nee, ich war jetzt gerade in meinem Twitter-Feed, weil ich halt wissen wollte, was mit der Falcon 9-Rakete war. Sag ich doch, erkläre ich dir gleich. Du kannst sowas doch nicht anteasern. Ja. Ich will das doch dann wissen. Okay, also, Proton fliegt wieder. Der Satellit war der Echo Star 21, ist ein Kommunikationssatellit für eine europäische Kommunikationsfirma. Jetzt haben wir noch eine traurige Nachricht, was auch so, also selbst nicht durch die Weltraumnachrichtenmedien gegangen ist, denn es gab einen Toten im Zusammenhang mit einer Rakete. Vor kurzem wurde ja eine Soyuz-Rakete mit einem Progress-Frachter gestartet, der Lieferungen zur ISS bringen soll oder es auch schon gemacht hat. Und die fliegen ja nicht über Wasser, sondern über die kasachische Steppe, was normalerweise auch ziemlich glimpflich abgeht, weil da im Grunde niemand ist. Das Problem ist, da war jetzt halt jemand. Nämlich zwei Männer fuhren mit einem Truck halt über eine Straße durch diese Steppe und ein herunterfallendes Trümmerteil hatte einen so starken Feuerstoß ausgelöst. Und dann kam, also es war erstens sehr heiß an dem Tag und zweitens sehr windig. Und beides hat dann dazu geführt, dass die von einer Flammenwelle erfasst wurden in ihrem Truck und ein Mann dabei gestorben ist und der andere mit schweren Verbringungen ins Krankenhaus musste. Und in dem Artikel, den ich dazu verlinke, sieht man auch, also dieser Truck, das sieht da so ein bisschen aus wie in dem Kriegsgebiet. Also da ist einfach alles weggebrannt und von dem Truck ist einfach nur noch das Metallgehäuse da. Was in einem Feuer meistens so passiert. Genau. Also die Behörden meinten einfach, dass es jetzt einfach wettertechnisch sehr unglücklich gewesen, kann das schlecht voraussagen. Und es war halt sehr heiß, sehr windig. Das ist natürlich eine sehr ungute Kombination, wenn dann so ein brennendes Trümmerteil irgendwo einschlägt. Ich glaube 15 Meter weiten Radius hat es alles weggebrannt. Und, ähm, ja. Das ist halt sehr traurig. Also es wurde gar nicht so berichtet. Es ist auch eine sehr obskure Quelle. Und so die ganzen, sag ich mal, Mainstream-Raketen und hier Weltraum-Nachrichtenseiten haben da kaum drüber berichtet. Jo. Wo man sich auch mal Gedanken machen muss, wie da die Range Safety aussieht. Also wieso können da Leute im Flugfeld von dieser Rakete fliegen, äh, fahren? Naja, das ist halt irgendwo sonst wo weit weg, ne? Irgendwie 40 Kilometer von der, von der kasachischen Stadt entfernt. Und, äh, ja, ist halt nicht irgendwie mehr, wo du einfach gucken kannst, ist da ein Schiff oder nicht? Und wenn da ein Boot ist, dann wird das halt rausgescheucht. Äh, ist halt auf Land immer alles etwas schwieriger, ne? Weil es ist ja kein, ist ja kein allgemeines Sperrgebiet oder so. Ähm, naja, klar, besser wäre es natürlich, wenn die, äh, wenn in Russland halt auch jetzt eine Rakete entwickelt werden würde, wie die Falcon 9-Rakete, die dann einfach wieder landen kann, kontrolliert landen kann. Ja? Weil das ist halt der Grund, warum, warum dort Trümmer runterfallen. Es sind halt einmal die Booster und einmal die zentrale Stufe von der Soyuz-Rakete. Und, äh, klar, bei einer Falcon 9-Rakete kannst du nicht, äh, kannst nicht hundertprozentig sicher sein, ob das immer klappt mit der Landung, obwohl die echt unglaublich zuverlässig geworden sind. Oder eigentlich insgesamt sind. Also, ich meine, wann hat das mal nicht geklappt, wo sie es versucht haben? Ähm, da wäre das wohl sinnvoller, ne? Weißt, was ich meine? Ja. 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 Äh, ich bin, ich bin ernsthaft gespannt, wie lange es brauchen wird, bis man anfängt, äh, Raketenstarts auch, äh, so über Land akzeptabel wiederzufinden. Also, auch in nicht so extremen Fällen, wie halt, äh, Russland, Kasachstan, äh, China, sonst was. Mhm, ja. Einfach, wenn man dann irgendwie sagt, ja, Technik funktioniert doch, was soll schon schief gehen. Ja, gut, da müssen wir, müssen wir wahrscheinlich auf die Weiterverbreitung von elektronischen Raketen warten, die dann weniger Verschleißstelle haben. Keine Ahnung, äh, ist halt einfach bloß eine Erfahrung. Ja, die Geschichte, die Sache ist ja, hier gab's ja gar keinen Fehler. Hm. Ja, klar, das ist halt so der, der reguläre Betrieb, ne? Und trotzdem sind Leute gestorben. Ist halt einfach so aus, aus, ja, Tradition heraus, ne? Irgendwie, das haben wir, haben wir schon immer so gemacht, das werden wir auch immer weiter so machen und fertig. Ne? Äh, ist trotzdem keine gute Idee deswegen. also, äh, wie gesagt, wäre halt schön, wenn, wenn jetzt mehr Leute Raketen entwickeln würden, die halt, äh, kontrolliert dann wieder zurückkämen. Macht derzeit bloß keiner so richtig, so richtig viel. Äh, außer halt, ne? SpaceX und, äh, Blue Origin. Und dann hört's fast schon wieder auf. Jetzt so ganz aktiv und aktuell. Ja, also haben wir natürlich alle irgendwie auf einmal Pläne in der Schublade gefunden. Ja, merkwürdig. Ja. Gab's natürlich schon immer. Ja. Kommt jetzt bloß ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit. Ja. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir noch eine Meldung, dass du irgendwie reingebracht hast. Es gibt jetzt ein Paper zu dieser, zu diesem Elon Musk Vortrag. Den, äh, verdammt, ich hab's nicht geschafft, das mir nochmal durchzulesen. Genau, der hat auch, warte, der, wer war's, ähm, der, äh, Tiff Toffo. Tiff Toffo, genau, auf Twitter hat uns auch darauf hingewiesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das so interessant? Sorry, ich hab's irgendwie, ich, ich wollte es, ich hab's nicht geschafft, mir das durchzulesen. Also, tut mir leid. Wir haben ja auf jeden Fall über diesen Vortrag berichtet, also letztes Jahr auf der, auf dieser, äh, Space-Konferenz in New Mexico hat ja Elon Musk seinen großen Vortrag gehalten über die Besiedlung des Marses und wie er bis 2060 eine Million Menschen dorthin bringen will und, ähm, hat auch diese große Rakete vorgestellt. Also, das war ja so ein ganz großes Ding. Und jetzt, äh, hat das ein gewisser Professor Hubbard in ein wissenschaftliches Paper gepackt und, äh, bei der, was ist das für ein Paper, äh, für ein Magazin, ähm, New Space. New Space heißt das Magazin. New Space 2017. Genau. Veröffentlicht. Als Kommentar. Aber das ist von, nee, das ist ein, äh, von Elon Musk geschrieben. Genau. Making Humans a Multiplanetary Species von Elon Musk. To-Site, to-Site-List-Article. Also, Elon Musk ist der alleinige Autor, der hier genannt wird. Ich, vielleicht ganz interessant. Angeblich, äh, zeigt er hier mehr, wie er, äh, wie er das finanzieren will. Ach so. Ich hab's grad nicht, äh, ich hab's grad nicht, ich hab's halt nicht geklappt, mir das nochmal ordentlich durchzulesen. Sorry. Genau. Also, ist vielleicht auch, also es ist auf jeden Fall praktischer, das nochmal ganz nachzuvollziehen, als so ein Vortrag. Mhm. Ähm, und hat auch sehr viele Schaubilder, wie ich hier grad sehe. Jo. Äh, ja, äh, wo müssen wir mal kurz auf nächstes Folge, äh, ja, verschieben. Verschieben. Ja, gut. Dann reden wir nochmal drüber. So. Und, äh, ja. Machen das nochmal ernsthaft. Genau. Also jetzt vielleicht, wenn man sich schon mal jetzt Lust hat. Es ist uns, es ist uns bewusst und, äh, ihr werdet davon nochmal. Genau, genau. Also, wer jetzt schon mal Lust hat, sich das durchzulesen, sei mit hier mit drauf hingewiesen. Äh, und jetzt, äh, wieder zurück zu den kleinen Raketen, was du ja schon mal vorher vorziehen wolltest, wenn ich dich, äh, ganz, äh, harsch davon abgehalten hab. Ähm, es gibt eine Firma, die heißt Arca, die hat eine Rakete gebaut, die heißt, äh, H-A-A-S-2-C-A, äh, äh, sehr catchy Name. Ähm, und das Besondere an dieser Rakete ist, die hat ein Aero-Spike-Trieb, äh, Triebwerk, äh, Triebwerk. Ja, Triebwerk. Triebwerk. Ich will erklären, was ein Aero-Spike-Triebwerk ist. Na, mitmach ich nicht. Ähm, das ist, also, das muss jetzt einfach nicht sein. Ähm, ja, äh, nee, ich, äh, erst mal, erst mal interessiert mich, äh, wie hast du das verstanden? Weil du hast mir ja praktisch nur den Link geschickt und hast gesagt, ja, dir klingt interessant und ich, ich, ich wollte mal wissen, was deine Wahrnehmung ist. Gut, also, ich war schon mal erst mal erstaunt, dass es diese Rakete physikalisch gibt, ähm, weil ich hab erst nur so ein Video gesehen, halt so so ein klassisches Rendergrafik-Video, was, was sie da machen wollen. Und, äh, der Witz an der Rakete ist ja, dass sie ja die, äh, erste und bisher einzige Single-Stage-to-Orbit-Rakete sein wird. Also in einer Stufe, ähm, quasi in den Orbit und dann Satelliten aussetzen. Und das machen sie halt, indem sie ein Aero-Spike-Triebwerk benutzen, was sehr adaptierbar an verschiedene Druckbedingungen ist. Und, ähm, genau, und dann hab ich einen zweiten Artikel gesehen, dass sie diese Rakete gerade an den, äh, Spaceport America angeliefert haben. Und, äh, im August ihren ersten Testflug, äh, über 100 Kilometer machen wollen damit. Und das fand ich schon mal an sich beeindruckend, dass es diese Rakete tatsächlich gibt. Und dann meintest du, ja, so geil ist das nicht. Und dann hab ich gesagt, das kannst du mir im Podcast erklären, warum das nicht so geil ist. Ja, weil, äh, du, du hast so dieses, dieses Vektor-Phänomen. Mh. Das ist erstmal wieder bloß ein Test, ne? Mh. Äh, und nicht unbedingt die gleiche Technik, die die haben wollen. Also es ist eine, es ist angelehnt. Ähm, was die dort benutzen, ist ein Triebwerk, das wird, äh, also was die benutzen wollen, für die Rakete, die sie bauen wollen, ist ein Triebwerk, das verbrennt Kerosin mit, äh, Wasserstoffperoxid. Hast du davon schon mal was gehört? Äh, Wasserstoffperoxid ist doch sowas, womit man Haare färbt. Äh, ja. Wenn du allerdings dieses Wasserstoffperoxid zum Haare färben benutzen würdest, dann würden die spontan anfangen zu brennen. Okay. Äh, also, äh, ja, äh, durchaus, aber aus dem gleichen Grund, weil es ist ein sehr gutes Oxidationsmittel. Das ist, äh, letzten Endes Wasser, ne, H2O. Nur nicht H2O, sondern H2O2. Da ist noch ein, da ist noch ein Sauerstoffatom Das ist doch, das ist doch dieser, dieser, äh, dieser Witz, ähm, ähm, kommen zu, kommen, also es ist auf Englisch halt, kommen zwei Physiker in die Bar, sagt der eine, äh, can I have a glass of H2O? Und da sagt der andere, yes, I want a glass of H2O2. Und dann stupft der eine von den beiden, warum? Sehr schlecht. Ja, ähm, ja, äh, äh, sehr schlecht, sollte man nicht machen. Äh, zum Glück ist das Zeug nicht ganz so leicht frei verkäuflich. Ähm, irgendwie, ich glaub, Armadillo Space oder irgend sowas hatten doch auch mal. Also, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht das, das Interessante an der Rakete. Die, das Interessante ist ja das Aerospec-Triebwerk. Ja, warte mal, ich guck mal kurz, äh, recherchierst du schon wieder. Ja, ähm, ich, ich find's nicht. Also, es gab mal, es gab eine, die haben, die haben das einfach bloß getestet und es, es gibt diverse Leute, die halt, äh, einfach bloß dieses Peroxid, reines, äh, reines Wasserstoffperoxid, äh, nehmen und das auf Zeugs kippen. und ich hab jetzt hier zum Beispiel ein Video gefunden, äh, wo das jemand auf Leder kippt, ähm, also, äh, was halt immer darin resultiert, dass es anfängt zu brennen. Äh, man kann sich vorstellen, wenn man das jetzt zusammen mit, äh, Kerosin irgendwie mischt, dass das dann auch brennen kann, ne? Dass das auch als Treibstoff irgendwie, äh, interessant sein könnte. Naja, das Besondere an Wasserstoffperoxid ist allerdings, äh, du kannst das auch einfach so zerlegen, äh, über einen Katalysator. Und dann, äh, trennt sich halt das Wasser, äh, das Sauerstoffatom von dem Wassermolekül, das da mehr oder weniger fast drin ist, äh, ab und es entsteht einfach heißer Wasserdampf und, äh, Sauerstoff. Und, äh, das kann man dann, das hat dann halt höhere Temperatur, 250 Grad sagen die, äh, und entsprechend Drucker, und das kann man dann auch durch eine Düse irgendwie raushauen und, äh, ist dann halt auch irgendwie ein Raketentreibstoff, ne? Mhm. Und genau das wollen die machen und, äh, damit halt eine Rakete testen. Aber doch nicht einfach so, sie haben ja eine, auch ein spätesselles Triebwerk. Äh, äh, ja, das ist halt eine, äh, äh, eine Düse, diese, diese Erospike-Düse. Die macht was? Äh, die macht was? Ähm, die sorgt dafür, dass man ein bisschen mehr von dem Schub nutzen kann, den man im Vakuum hätte, aber praktisch nicht hat, wenn man eine zu kleine Düse hat. Ne? Also, wir, wir wissen ja, äh, wenn eine Rakete vom Boden aus startet, dann starten die immer mit Raketentriebwerken, die ziemlich kleine Düsen haben. Äh, weil ansonsten der Luftdruck von außen größer ist, als der Druck, was die, was die Triebwerke von innen, von der Düse auf, hier aufbauen können, ne? Also, so ein, so eine Brennkammer hat halt, äh, hat halt begrenzt viel Druck. Und, äh, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt eine Düse hat, die, also du hast so eine Düsenöffnung und dann hinten die Düse ist dann, was weiß ich, 16 Mal so groß wie die kleine Öffnung, äh, drin, ne? 16 Mal klingt jetzt nicht so schlimm, aber naja, die Fläche ist dann schon 256 Mal so groß. Und, äh, im Inneren der Brennkammer von so einem Triebwerk hast du keine 265 Bar. Also, das ist schon, das ist da schon deutlich niedriger. Ähm, nun ist das Problem, wenn man ein, äh, Raketentriebwerk entwickeln möchte und das Ganze möglichst einfach und billig haben will, dann baut man ein Triebwerk mit einem möglichst niedrigen Brennkammerdruck. Weil weniger Druck, weniger Probleme, ne? Bauchst du weniger Material, also? Äh, ja, insgesamt einfach, einfach, einfach weniger Kopfschmerzen, ne? Mhm. Heißt allerdings auch weniger Leistung und du hast, du hast auch das Problem, dass du ein größeres Problem hast, gegen den Luftdruck anzukommen, weil, ich meine, wir haben zwar nur ein Bar Luftdruck, äh, hier in der Atmosphäre, aber das eine Bar ist halt auch ganz schön viel, ne? Mhm. Äh, und, äh, entsprechend hast du beim Start, wenn es geht, eine sehr kleine Düse, aber wenn du dann irgendwie hochkommst und die Luft weg ist, dann hättest du viel lieber eine große Düse, weil du hast nicht mehr so viel Luftdruck, der dagegen, äh, der, dagegen, äh, drücken würde. Ne? Also du kannst dadurch ein, ein Triebwerk sehr viel effizienter machen, wenn es eine große Düse hat und nicht viel Luft da ist. Und das ist natürlich dann immer so ein Kompromiss, den du dann schließen möchtest, ne? Also, am liebsten hast du halt einfach eine zweistufige Rakete, ne? Mhm. Erste Stufe hat kleine Düse, zweite Stufe hat eine große Düse und, äh, es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, wir können hier eine andere Düsenform benutzen, äh, die praktisch das Beste von zwei Welten in sich so fast vereinigt. Ähm, und das sind halt diese, äh, äh, diese Aero-Spike-Düsen. Ja. Ähm, ja, so eine Düse funktioniert halt, die, die, so eine Düse funktioniert halt normalerweise so, dass du halt außenrum ein bisschen Material hast, weil aus der Düse kommt ein, ein Luftstrom sozusagen raus, der unter hohem Druck steht, ne? Und weil der unter hohem Druck steht, bewegt er sich nicht einfach in gerader Linie nach hinten raus, sondern der Druck, äh, sorgt dafür, dass das Gas praktisch, äh, auch noch nach rechts und nach links und nach oben und nach unten von diesem Luftstrahl, der aus dem Triebwerk rauskommt, ab, abweichen will, ne? kann man sich das vorstellen. Ja. Ne, weil du, du hast halt in diesem, ist halt großer Druck, ne? Und das, das will auch nach rechts und links dann, dann weg. Und wenn, das ist halt alles Energie und die Energie geht jetzt erstmal verloren, wenn du keine Düse hast. Und was du mal mit deiner Düse machst, ist, äh, du stellst da praktisch etwas in den Weg hinein, sodass, wenn es dann so von der Seite dagegen knallt, weil halt der, der Druck dafür sorgt, dass das dagegen gedrückt wird, äh, dass das umgeleitet wird in die richtige Richtung und, äh, das halt mehr zum Schub beiträgt, anstatt einfach bloß nutzlos zur Seite hin, wegzufliegen und zu verpuffen. Das ist ja ein Zweck von so einer Düse. Und, äh, den äußeren Teil von so einer Düse, äh, das kannst du auch mit dem Aero-Spike-Triebwerk nicht, nicht machen. Aber du kannst halt, äh, wenn du viele kleine Düsen auf so eine, auf diesen Aero-Spike drauf, also du hast dann praktisch, äh, du hast halt praktisch so eine halbe Düse, ne? Man stelle sich so vor, man hat, äh, ein Raket-, ein Raketentriebwerk mit einer halben Düse. Also so, so längs, längs, längs halbiert. Genau. Okay? Ja. Dann hast du auf der einen Seite, hast du halt keine Düse und, äh, da wird das Gas dann einfach so wegfliegen, also einfach so den, den Druck halt, äh, in die eine Richtung wird halt einfach wegfliegen, relativ ungenutzt vor Puffen. Und das wird auch bei so einem Aero-Spike passieren. Aber es ist halt mehr in die andere Richtung geneigt, sodass es dann halt so gegen, gegen Blech halt prallt, äh, das furchtbar heiß wird und diese Temperaturen dann noch aushalten muss. Ähm, und, äh, zumindest die eine Hälfte kann man dann benutzen, um, um, äh, den, den Schub nochmal etwas zu verbessern, ne? Ja. Und je nachdem, äh, wenn man halt gerade startet, dann ist das egal, weil der Luftdruck, äh, ist zu stark und, als dass man diesen, als dass man diesen Effekt ausnutzen könnte. Aber umso höher man kommt, umso besser kann man mit so einer Aero-Spike-Düse halt diesen zusätzlichen Effekt ausnutzen, den, mit dem die Düse halt, äh, äh, noch ein bisschen mehr Schub, äh, der Rakete verleiht. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt. Ja, ja. Dann sollen sich Leute beschweren. Okay. Ähm, sowas wird im Allgemeinen nur benutzt, wenn man ein Triebwerk hat, das einen niedrigen Brennkammerdruck hat. Weil, äh, im Prinzip ist die Lösung des Ganzen, also so die, die, die bestmögliche Lösung des Problems ist einfach benutzen ein Triebwerk, das einen hohen Brennkammerdruck hat. Umso höher der Brennkammerdruck, umso kleiner ist das Problem, das du von Anfang an hast. Das ist natürlich das, was die nicht haben wollen, ne? Also die, die haben halt gesagt, okay, wir wollen möglichst einfach so ein billiges Triebwerk haben, das niedrigen Brennkammerdruck hat und deswegen versuchen die das damit. Das ist eine stylische Düse, die sieht auch cool aus. Äh, von der tatsächlichen Leistung her muss man sagen, naja, kommt noch nicht mal so ganz an das Merlin-Triebwerk von SpaceX ran. so von der Effizienz her. Mhm. Äh, also es ist jetzt nicht so, also selbst im Vakuum ist es, äh, so gerade auf dem Niveau von dem Merlin-Triebwerk und beim Start ist es sehr viel schlechter von der Effizienz. Also, es ist, es ist erstaunlich gut für ein Triebwerk, das einen so niedrigen Brennkammerdruck hat, aber es ist deswegen noch nicht gut. Okay? Ähm, ja. So, was die, was die halt machen wollen, ist, dass die jetzt erstmal nur Wasserstoffperoxid nehmen äh, und das halt, äh, chemisch, also katalytisch zersetzen, irgendwie mit Braun, äh, mit, äh, Kaliumpermanganat wahrscheinlich. Macht man meistens mit Kaliumpermanganat und, äh, irgendwelchen anderen Katalysatoren und so weiter, aber, äh, ich, ich kenne es halt nur so aus der Entwicklung von der V2-Rakete, dass man damals halt, äh, Kaliumpermanganat da reingespritzt hat und das fängt dann sofort an, sich zu, zu zersetzen und aufzuhalten und so weiter. Ähm, um damit irgendwie auf 100 Kilometer Höhe zu kommen. Äh, in, und mehr wollen die jetzt auch nicht testen. Ähm, also von daher ist das alles nur so halb, ne? Ist noch keine so ganz echte Rakete, nur so eine halb echte Rakete. Wie halt, so ähnlich wie es halt auch Vector gemacht hat, weil, ähm, äh, auf 100 Kilometer in Höhe zu kommen, ja, da musst du irgendwie so ein Kilometer pro Sekunde an Geschwindigkeit erreichen. Um in den Orbit zu kommen, musst du auf acht Kilometer pro Sekunde kommen. Und, äh, das ist eine ganz andere Hausnummer. Okay? Ja. Ähm, also, ja, ja, also es ist halt, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Problem. So, um das zu erreichen, will man dann halt zusätzlich, äh, mit dem frei werdenden, äh, Sauerstoff, dann Kerosin verbrennen und dann noch ein bisschen mehr, äh, Energie da rausholen aus dem ganzen Prozess. Ähm, ja, hat den großen Vorteil, hat eine relativ hohe Dichte. Wenn du, äh, wenn du einen Treibstoff hast, der eine hohe Dichte hat, dann kannst du im Vergleich zur Treibstoffmenge natürlich, äh, eine relativ leichte Rakete haben, weil die Tanks einfach nicht ganz so groß sein müssen. Äh, allerdings ist die Mischung von Wasserstoffperoxid und Kerosin nicht ganz so gut wie Kerosin und flüssiger Sauerstoff, äh, auch wenn die Unterschiede gar nicht mehr so extrem sind. Ähm, bisher waren die einzigen, die sowas benutzt haben, ernsthaft in der Raumfahrt, glaube ich, die Engländer gewesen. Das große englische Raumfahrtprogramm, von dem nie jemand was gehört hat, äh, also außer die Engländer selber halt, äh, war die Black Arrow, äh, eine sehr schöne Rakete, also sieht ziemlich knuffig aus. Ähm, müssen wir uns auch irgendwann mal drüber unterhalten. Äh, die es irgendwie dann zweimal geschafft hat, in den Weltraum, ins Weltraum, in den Weltraum zu kommen und dann hat man das Programm eingesteigt, äh, eingestampft und England hat nie wieder eine Rakete gebaut, die in den Weltraum gekommen ist. Ja, das war so die, die Gänze des englischen Raumfahrtprogramms. Ähm, naja, jedenfalls wollen die damit, mit dem Prinzip eine Rakete bauen und die wollen halt ohne Stufentrennung damit in den Orbit kommen. Äh, kann man machen, also wenn du eine Falcon 9 Rakete ohne zweite Stufe starten würdest, einfach bloß einen Satelliten drauf packen, packen würdest, dann könnt ihr das auch jetzt schon tun, also das ist nicht so, das ist jetzt nicht so das Problem eigentlich. Ähm, ist es halt nur nicht sonderlich effizient. was die sich davon versprechen, ist halt, äh, sehr einfacher Aufbau, du hast keine Stufentrennung. Äh, und hofft, dass man das halt recht billig hinkriegt. Die reden von einer Million, äh, pro Start. Äh, trotz Kohlefasertanks und, äh, äh, ja, kann klappen, muss nicht, ich weiß es nicht, wie realistisch das ist, also ich hab da keinen, keinen Einblick. Ähm, aber, äh, im Prinzip schreit in meinem Kopf alles danach, wie, äh, die werden das vielleicht ein, zweimal machen und dann werden sie zur Vernunft kommen und sagen, ach, wenn wir hier eigentlich noch eine zweite Stufe draufbauen, das bringt so viel mehr Nutzlast, das machen wir einfach. Ja, vielleicht dann nennen sie die Rakete einfach anders. Ja. Ja, das ist unsere nächste Iteration jetzt für. Es ist halt, es ist halt einfach so, also die, die, die Sache mit der zweiten und dritten Raketenstufe ist halt einfach die, es ist furchtbar praktisch, es bringt was. Ja, ich meine, die, die kriegen es hin, in eine, zumindest sagen sie es, dass sie es hinkriegen, eine Raketenstufe zu bauen, die 500 Kilo wiegt und, äh, 16 Tonnen an Treibstoff aufnimmt, was gar nicht mehr schlecht ist, aber das ist halt auch bloß so auf dem Niveau, was SpaceX auch hinkriegt. Plus, dass die halt, äh, Kohlefaser und alles mögliche brauchen, weil das Ganze ist druckbetrieben, ne, und das muss dann den Druck auch wieder erstmal aushalten und dann brauchen die halt bessere Materialien als SpaceX benutzt, äh, um überhaupt das hinzukriegen, äh, mit dem gleichen Gewicht. Äh, deswegen ich ein bisschen an dem Preis zweifle, aber, ja, also, ich, ich bin gespannt, aber ich, äh, gebe denen nicht viele Chancen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, also ich finde die Rakete eher so lustig, sieht aus wie ein riesiger Textmarker. Ja, cool sieht das Zeug immer aus, aber ich hab noch nie erlebt, dass das, äh, irgendwo mal, äh, zu was geführt hat. Ja. Also, äh, ich meine, es gab ja, äh, es gab ja diese, boah, wie hieß dieses Ding, äh, X-33, glaube ich, was halt auch ein, was halt auch so ein Triebwerk hatte, war halt so ein Flugzeugähnliches Ding, ne, und hier ist es halt in Raketenform, so heißen, hat keine Flügel, aber das, die X-33 hat halt noch Flügel dran, äh, und stammt halt, stammte, glaube ich, von einem J-2 Triebwerk ab, ähm, was dann halt wasserstoffbetrieben war und hat halt auch einen vergleichsweise niedrigen Brennkammerdruck, ähm, und das Triebwerk hatte letzten Endes eine ähnliche Leistung, was auch das Space Shuttle Triebwerk hatte. Genau. Weil, ganz einfach, der Brennkammerdruck von, das hat man damals von so einem J-2 Triebwerk abgeleitet, was so aus den 60er Jahren stammte und in der, in der Saturn-5 Rakete benutzt wurde, auch so mit Gasgenerator und so weiter und hat ja noch nicht so den richtig großen Brennkammerdruck gehabt, war auch alles nur für die zweite und dritte Stufe gedacht. Und, äh, ja, wenn man da jetzt eine Aero-Spike-Düse dran macht, dann kommt man plötzlich in Leistungsbereiche, die man auch mit einer Space Shuttle, mit so einem Space Shuttle Triebwerk, äh, erreichen kann, mit einer ganz normalen, einfachen Düse, äh, erreicht das halt bloß mit niedrigem Brennkammerdruck. Ähm, ist halt die Frage, äh, lohnt sich das dann? Also ich, die Technik taucht immer mal wieder auf, äh, Firefly Space hatte das auch schon, die hatten auch so ein, äh, druckbetriebenes, äh, Triebwerk mit niedrigem Brennkammerdruck, wo die halt auch gesagt haben, ja, wir brauchen eine Aero-Spike-Düse, um da irgendein, überhaupt irgendwas damit vernünftig hinkriegen zu können. Ähm, aber, hat halt, ja, also Firefly Space ist halt auch pleite gegangen, soll ich sagen. Ähm, ich, ich hab das noch nie erlebt, dass daraus jemand mal was Vernünftiges gebaut hätte. Ähm, die Physik funktioniert, klar, ähm, aber ich, ja, meistens. Ist ja auch, ist ja auch kein neues Konzept. Ja, meistens endet es halt einfach darin, dass man einfach ein Triebwerk nimmt, das eine Pumpe hat und, äh, höheren Brennkammerdruck, Brennkammerdruck hinkriegt und, ja, einfach das so macht. Also der, der Aufwand ist dann leichter, weil, äh, äh, dieser Aero-Spike, der muss, äh, ziemlich hohe Temperaturen aushalten. Äh, hat eine relativ ungünstige Form, um gekühlt zu werden und so weiter. Und, ja, und sorgt für noch mehr Masse beim Start, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Und, äh, ja, die Lösung ist halt einfach bloß, äh, du setzt deine zweite Stufe drauf und die macht alles viel, viel besser. Ja. Ja, es ist langweilig, äh, weil überhaupt nicht revolutionär, aber so, so zweistufige Raketen, die, äh, es ist keine ganz dumme Idee. Gut, dann haben wir das auch abgehandelt, erschöpfend. Ähm, jetzt habe ich noch, ähm, was ich heute gesehen habe, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, die haben heute auf der ISS, ISS ein, äh, Rollout Solar Array getestet, also ein, äh, Solarpanel zum Ausrollen. Okay. heißt, äh, ROSA, also Rollout Solar Array Abkürzung, das ROSA Experiment, ähm, na was mit dem CAS-11-Fragentrachter hochgebracht wurde und heute hat sich das quasi ein, einer dieser Kanadame, ähm, geschnappt und, ähm, von der ISS weggehalten und, ähm, dann haben sie das ausgefahren, ähm, kann man sich auch, äh, im Timelapse ganz gut, gut anschauen, ähm, Ui, das ist gar nicht mal klein. Ne, so klein ist es war das nicht, also es war schon, äh, ich weiß nicht genau, wie groß es war, aber, äh, es gibt hier ein Foto mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leuten da drum, die sich nicht mehr die Hand geben könnten, wenn sie es versuchen würden. Genau. Äh, das Ding ist richtig groß. Ja, und, ähm, genau, das fand ich ganz spannend, also, ähm, Solarpaneele sind halt immer eher so, wie der Name schon sagt, Paneele, die halt starr, sehr zerbrechlich und kaputtbar sind und, ähm, sowas zum Ausrollen wäre sehr praktisch, weil zum Start nimmt es dann wenig Platz weg. Äh, du meintest, sie sind, sie sind starr, äh, zerbrechlich und kaputtbar und nicht unkaputtbar. Genau, und kaputtbar, das sind Leerzeichen. Ja, ja, ich wollte hier bloß die, die Typografie nochmal, äh, spezifizieren. Ja, genau. Und, wenn man das, zum Start oder zur Landung oder zum sonst was, oder, selbst wenn du ein, äh, ein Steinchen vorbeifliegen, einrollen kann, dann, äh, wird die ganze Geschichte doch wesentlich praktischer. Ähm, und, äh, genau, das haben sie heute getestet, fand ich ganz spannend. Vor allem kann man das Ding doch ganz bestimmt sehr stabil, äh, beim Start, äh, drinnen haben. Ja, halt, wie, wie, halt. Bloß weil du keine Gelenke hast, die kaputt gehen können und sonst was. Genau, also, hat man ja gesehen, beim, war halt hinten im, äh, Kofferraum vom Dragonfrachter drin. Mhm. Ja, das, das ist doch mal cool. Also ich hab, ich hab jetzt so einen Größenvergleich, das, das Solarpanel, das war so groß wie die Solarpaneele von der, das mit dem Kanadam, das mit dem Kanadam, sieht echt lustig aus. Ja. Also es wird, es sieht man auch, also es gibt so ein Schema, es wurde halt wirklich weggehalten, damit es auch nichts mit, mit anderen Sachen kollidiert. Mhm. Ähm, aber, ganz spannendes Experiment, auch sehr, weil was sehr anschaulich ist, also wenn da was weggehalten wird und ausgefahren wird. Ja, also das, äh, für, für Satellitentechnik und so weiter wird das auf jeden Fall toll werden. Ja, das, das ist cool. Ja. Das ist cool. Sind wir beide mal begeistert. Wunderlich Pfeiffer, äh, Stamp of Approval. Oh ja, folgenden Titel. Oh Gott! Nee, nee, wir haben jetzt schon einmal meinen, meinen Namen da drin gehabt, das, das kommt nicht nochmal. Okay. Ähm, dann, äh, der, der Rauschmeißer vor der Raketenfeuersage ist diesmal, und, ähm, da bin ich immer ein bisschen zynisch, äh, wahrscheinlich du auch, aber ich diesmal auch, ähm, KFC, Kentucky's Red Ficken. Ähm, die, äh, Firma, die man vielleicht kennt von dem Colonel auf ihrem Logo, ähm, will ein Hühnchen-Sandwich mit Worldview ins All schicken, obwohl schon das All schon eine Lüge an sich ist. Also, ganz genau aufgeschlüsselt. Worldview ist eine Firma, die sehr große, sehr langlebige, äh, Hühnenbalance baut. Hauptsächlich für die Kommunikation und Erdbeobachtung. Die Air Force ist davon auch ganz begeistert. Die haben das ein Game Changer in der Überwachungstechnik genannt. Yay! Oder nee, es war die Navy. Auf jeden Fall, das Militär ist ganz, ist ganz geil auf diese Leute. Und die wollen mal auch auf lange Sicht, äh, so eine bebannte Kapsel an, an so einen Ballon hängen und dann halt, äh, so Touristen hochschicken. Und, ähm, ihren ersten langen Zeit-Testflug mit einem, äh, Stratolite, äh, Ballon, also so nennen sie den, äh, soll, ähm, noch diesen Monat stattfinden. Eine viertägige Mission und als Nutzlast hängt jetzt halt, ähm, in einem, wie es Kentucky, ähm, Fried Chicken genannt hat, äh, Robotic Backl, Bucket Satellite, ein Robotic, genau, Robotic Backl, Bucket Satellite, also ein, ein robotischer Eimer Satellit. Genau, ein robotischer Eimer Satellit, ähm, in dem das Sandwich, das der Name Singer trägt, ähm, äh, ja, äh, soll auch eine Kamera an Bord sein und andere Technik. Äh, Singer hat übrigens, äh, noch eine Bedeutung im Englischen, das sind so, äh, äh, wenn du im Wahlkampf irgendwie wie einen ganz markigen Spruch raushaust. Ja, ist einfach so, so ein, äh, das sind so diese Singer. genau, ähm, haben da auch schon, also bevor das angekündigt wurde, gab es halt schon eine ganze Werbekampagne mit, äh, irgendwie, ähm, Colonel Sanders in so Kennedy-Manier so Reden gehalten hat und jetzt waren sie halt lange Zeit im Diskurs oder ich glaube Anfang des Jahres hatten sie sich an Stratto, äh, an Worldview gewandt, ob sie das nicht machen können. Die Sache ist jetzt die, die reden jetzt die ganze Zeit davon und auch alle anderen reden die ganze Zeit davon, dass es ins All geht, aber der Ballon fliegt nur auf eine Höhe von 23 Kilometern. Ähm, ja, vor allen Dingen, äh, es, es gibt, es gibt 30.000 Amateure, die das schon mit allem Möglichen gemacht haben. Ja. Also hier mit, äh, äh, mit irgendwelchen Lego-Figuren oder dem Bild der Liebsten oder sonst irgendwas. Also, das ist jetzt sowas von überhaupt nichts Besonderes. Also, ja. Ja, aber irgendwie sind auch die ganzen Weltraum-Medien da ziemlich drauf abgegangen, wo ich mich gefragt habe, es gab's auch schon mal die Mir, da wurde ein ganzer Pepsi-Werbespot außen gedreht. Wir hatten einen Außenbord-Einsatz, um einen Pepsi-Werbespot zu drehen. Genau. Äh, ich sag mal, wenn man bei YouTube Space Balloon eingibt, äh, dann sieht man jetzt erst mal das Kamera, Flat Earth, äh, Flat Earth, ach so dieses bisschen, äh, GoPro, Launch, und dann iPhone, also man, man hat da schon iPhones drangehängt, man hat GoPros drangehängt. Äh, es gibt hier von, ein vier Jahre altes Video von CNN, Teen Sense, Camera to Space via Balloon. Also ein Teenager, ne, äh, es gibt hier Balloon with Camera goes to Space, Amazing, sechs Jahre alt, äh, Toy Robot in Space, sechs Jahre alt. Äh, also man, man, man sieht, es ist jetzt, es ist jetzt so, ach du Scheiße, äh, dann gibt's so ein Zeugs wie, äh, Flat Earth Addict. Balloon Cam at, äh, 121.000 feet proves Flat Earth. Aha. Ach du Scheiße. Ja, also wie gesagt, es geht auf jeden Fall nicht. Aber, aber noch was Besseres, High School Students send a camera to edge of space using Weather Balloon. Äh, und dann, also die haben halt einen Ballon auch gestartet und, äh, da ist dann irgendwie ein Ballon, an dem Ballon befestigt, mit einem Lineal davor, so dass man dann beobachten kann, wie der Ballon, äh, langsam immer größer wird, während er aufsteigt, weil draußen halt der, der Luftdruck weggeht. Das ist nicht schlecht. Ja. Und ansonsten jede Menge Spielzeuge, die da hochgebracht wurden und sonst irgendwas. Äh, aber diese Flat Earth Leute, das ist, das ist, das ist, das wusste ich nicht. Ja, gut, die, äh, haben ja auch, äh, Supporter all over the globe. Ja. Ne, all around earth. Ähm, ne, also wie gesagt, diese Kentucky. Ne, aber das, das, das richtig, also es gibt eine ganze Reihe davon. Ja, genau. Also, wie gesagt, diese Kentucky Fried Chicken Geschichte, mag jetzt ganz lustig sein, aber, seid euch im Klaren, die fliegen nicht in den Weltraum und es ist auch nicht wirklich schwer, einen Höhenballon zu starten. Ja, das kriegt irgendwie jeder hin. Also, ich glaube, ich glaube, ob das, also wir, also wir haben es noch nicht gemacht, aber wir sollten irgendwann mal. Ja, die Sache ist die, ähm, das ist natürlich für Worldview ganz praktisch, weil, ähm, die meinten, der hat das finanziert ganz gut unseren ersten Testflug. Mhm. Also die sind ganz glücklich darüber, weil die da jetzt ein bisschen Geldinfusion kriegen. Ja, das glaube ich denen. Ist ja auch okay. Genau. Also, das ist halt, das ist halt total okay. Es ist halt bloß, es ist halt einfach nur nichts Besonderes. Ja, genau. Dann, äh, kommen wir jetzt zu unserer, Aketenfeuersage und jetzt kann ich das auflösen, falls du es nicht schon einmalig nachgeschaut hast. Ich hab nachgeschaut natürlich. ähm, SpaceX wollte eigentlich im Morgen, war es? Ja. Einen, ähm, den ersten bulgarischen Satelliten ins All schießen. Bulgarsat 1. Genau. Und, ähm, jetzt gab es ein Problem mit einem, ähm, ähm, wie heißt es, Ventil, ähm, an der Nutzlastverkleidung. Genau. Was zwar doppelt, äh, vorhanden ist, aber man weiß ja, wir keine Risiken eingehen. Und, ähm, deswegen haben sie... Das Ding ist redundant, damit es redundant sein kann. Genau. Äh, und deshalb haben sie den Start jetzt auf den, äh, 24. oder 25. Juni verschoben. Und damit haben wir dann nächstes Wochenende innerhalb von 48 Stunden wahrscheinlich zwei SpaceX-Starts an den verschiedenen Enden der USA. Ja, die, die kriegen es irgendwie immer wieder hin, mich in Versuchung zu bringen, doch nochmal wieder einen SpaceX-Start bei Golem.de anzukündigen. Die, die, die Versuchung ist gerade da. Ja. Ähm. Wird es in so kurzer Zeit sein, aber ich glaube eher nicht. Genau. Also, ähm, damit ist der nächste Start für die nächste Woche am 23. Juni. Äh, hatten wir ja heute ausführlich eine PSLV, ähm, also aus Indien mit dem, äh, Kartusat 2e. Ähm, der Name sagt ja schon, was der Satellit machen wird, Kartografieren. Äh, Kartografieren offiziell, inoffiziell, ist dann eher Spiel, oder? Nee. Nee, ist ein Privater, Kartusat war doch irgendwas Privates, dann könnte es tatsächlich wirklich bloß Kartografie sein. Ja, also, ähm, genau, das ist halt der Satellit, der startet, ähm, ungefähr, also hier steht Approximate, ähm, also 23. Juni, ähm, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr 59, nee, doch 5 Uhr 59, ähm, unserer Zeit. Ähm, genau, also wenn man früh aufsteht oder schon früh wach ist, dann, ähm, äh, dann kann man sich den anschauen. PSLV, ähm, Indien, jetzt solltet ihr ja alle Indien-Fans sein, was Raumfahrt angeht. Äh, genau, 23. Juni, das ist, Kalender ist, das ist der Freitag, an dem die Quantenkonferenz von golem.de stattfindet, welcher sonst, äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, wenn das durch ist. Genau. Äh, für den Moment, ähm, für den Moment einfach nur. Dann, es ist jetzt in letzter Zeit ein wenig viel gewesen. Ja, glaube ich dir. Dann, äh, wie schon angekündigt, äh, entweder am 24. oder 25. startet dann, äh, Bulga Sat.1 und am, für den 25. ist angesetzt, äh, die Falcon 9 mit dem, äh, Iridium Next 1120. Das ist die neue Generation der Iridium-Satelliten, die leider nicht mehr leuchten, haben. Ja. Weil sie neuartige Solarpannele haben. Äh, nee, das war doch immer die, äh, die Richtantennen. Äh, die Richtantennen. Diese, diese Antennen, die sie hatten. Genau, der Startzeitpunkt ist, äh, 22.24 Uhr und 59 Sekunden, also instantanes Zeitfenster. von der Wendenberg Air Force Base in Kalifornien. Also wie gesagt, äh, Bulgarsat startet vom Kap und, ähm, äh, Iridium startet, äh, von der, äh, Westküste Wendenberg. Ja, ich fände es immer noch cool, wenn mal irgendwann jemand in der Raumstation baut, die so ein Kilometer groß ist oder was in der Richtung, dann könnte man die nämlich am Nachthimmel einfach so sehen und würde sehen, dass das Ding eine Ausdehnung hat. Wie lang ist denn die ISS? 100 Meter. Ah, okay. Also 100 ISS hintereinander, nee, 10 ISS hintereinander. 10, glaube ich. Ja. Müsste eigentlich dann schon reichen. Gibt ihr also diese Videos gesehen, was wenn ein, äh, wenn der Mond in der Entfernung von der ISS über den Nachthimmel schweben würde? Äh, nein, habe ich nicht gesehen, aber, äh, er wäre dann ziemlich groß. Genau, es gibt so schöne Rindergrafiken, dass man halt. Im Sinne von, im Sinne von würde halt einfach den ganzen Himmel ausfüllen. Ja, und, ähm, man muss ja auch die ganze Gravitation noch in Betracht ziehen. Ach so, das kann da, das, nein, gut, das haben sie in dem Video nicht gezeigt, aber ich habe gedacht, das wird die Meere schon ziemlich durcheinander bringen. Ich glaube, das spürt man dann auch so. Äh, ja, wahrscheinlich. Ähm, dann für den 28. Aber nicht viel, nicht, nicht, nicht so viel, weil, äh, ich meine, wie gesagt, so, die, das sechste Schwerkraft, äh, ja, also, du brauchst eine Waage, um das wirklich gut festzustellen. Aber du würdest, du würdest das messen können. Ja, du, du würdest merken, dass du etwas weiter springen kannst als sonst, äh, aber so viel nicht. So, Olympia, Olympia nur bei Neumut oder sowas. Ja, so ungefähr. Äh, ja, egal. Dann für den 28. Juni, äh, Ariane 5 mit dem Inmarsat, ähm, S-Band und Hellasat 3. Äh, genau, ah, das ist der gleiche. Für Griechenland. Genau, für Griechenland und der GZ 17. Hm, was macht denn der? Irgendwas mit High Capacity Wi-Fi Connectivity to Airlines. Ah, das macht der GZ. Der macht, nee, nee, ich spreche fast nicht. Ach, der Heller, der Heller Sat 3, der macht WLAN im Flugzeug. Okay, mit, äh, unendlich großer Latenz. Genau. Also nicht unendlich, aber eine halbe Sekunde ist halt böse. Ja. Ja. Und dann, ähm, 1. Juli, schon wieder eine Falcon 9. Ähm, nämlich mit dem Intel Sat 35e. Ja, wir haben schon gesagt. Es war kein Scherz. Die machen den Schlag auf Schlag. Ähm, also, ich sag mal so, wenn, wenn sie das jetzt die nächsten drei Reibungen so schaffen, dann haben sie schon mal meinen Respekt. Also, haben sie ja schon so, aber ihr wisst. Ja, ja, also ich, ich bin, ich bin echt gespannt. Also, äh, klar, ich, die werden irgendwie ein bisschen Verspätung auf jeden Fall drin haben, weil das ist halt so. Solange es nicht explodiert, ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, ähm, äh, genau, Falcon 9, wie schon gesagt, Intel Sat 35e. Äh, ach nee, ist schon der 2. Juli bei uns, nämlich, ähm, 1.35, also zwischen 1.35 und 2.35 ist das Startfenster. Am 2. Juli nachts, äh, ist ja dann Sonntagnacht, also kann man auch ein bisschen länger wach bleiben, also Samstag auf Sonntag. Äh, äh, genau, was macht das? InterSat, äh, ist halt Kommunikation, Breitband als möglicher für Nordamerika, Karibik, Südamerika, Europa und Afrika. Äh, nehmen wir auch den 2. Juli noch gleich mit rein, eine lange Marsch 5, ähm, mit dem, äh, Shijian 18, ich hoffe, ich spreche das wahrscheinlich falsch. Shijian. 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 Shijian 18. Das heißt einfach nur Versuch. Irgendwas mit Versuch oder Lernen oder irgend sowas. Also das ist das erste Spacecraft, was auf der DFH 5 Kommunikations-Satelliten-Plattform, ähm, basiert, eine, ja, eine einfach, äh, stärker weiter schneller, äh, genau, also wahrscheinlich neuartiger Kommunikations-Satelliten-Bus, ähm, von den Chinesen. Aus dem, äh, Wenchang Raumfahrt Bahnhof in China. Wenchang, 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 macht nicht Krieg, aber ich glaube, das ist Shijian, oder? Das kann sein. Muss ich nachschauen. Musst du nachschauen. Äh, und dann haben wir, wie ich sehe, äh, eine ziemlich lange Lücke, weil dann sind erstmal 14 Tage nichts. Bis zur, so, 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 ach, das, äh, Wenchang ist, ist Hainan. Okay. Ach, äh, warte mal, das ist doch ganz bestimmt, äh, eine lange Marsch 5, oder, warte mal, was war das? Das war eine lange Marsch 5, ja. Ja, da, klar. Das ist die große, oder? Die ganz große. Ja, klar, und die startet nur von, die startet nur von Wenchang, also, von Hainan aus. Also, äh, Hainan, äh, sollte man nochmal sagen, das ist die, die Insel, die etwas größere Insel im Süden von China, äh, was so ungefähr das Malle von China ist. Äh, auch so touristisch, äh, beliebt und so. Da kann man schön wahrscheinlich dann in den Start schauen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es dort aussieht. Aber halt nicht zu nah rankommen. Haben wir ja letztes, oder vor, vor ein paar Folgen das Video, wo man sich reingeschlichen hat. Genau. Was das gerade die Chinesen ja immer durchgelassen hat. Naja. Heute war ja auch ein Start schon die Chinesen, ähm, lange Marsch 3B mit dem, äh, China Sat 9A. Ja, nur nicht lange vorher angekündigt, wie das die Chinesen halt öfters mal sagen. was wir machen. Also, ich glaube, die, die Regularien sind immer so 24 Stunden vorher oder so musste. Ja. Irgend so was war da. Ja, ja, 24 Stunden. Ähm, aber man, man spürt so ein bisschen die trocken, die saure Gurkenzeit ist wieder vorbei. Also, wir hatten ja so gefühlt die letzten Wochen immer so gemeint, ah, startet gerade nichts. und jetzt hier, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Raketen starten in den nächsten 14 Tagen. Äh, dafür ist bei mir wieder saure Gurken Zeit. Äh, ich hab mir gestern wieder ein Glas saure Gurken gekauft. Entschuldigung. Ding. Aber so. Ja, okay. Ja. Ich hatte Lust, das hat mich auch gerade einfach nur daran erinnert. Ja, ähm, äh, kennst du diesen YouTuber HowToMakeEverything? Äh, der hat auch bestimmt mal gezeigt, wie man saure Gurken hat. Ja, genau, und er hat das dann falsch gemacht und beinahe seine Freunde vergiftet, weil er das nicht richtig eingelegt hat. Ach, wie liebes bisschen. Äh, also, meine Mutter macht das öfters mal. Ja, ich glaub, ich glaub so Hausfreunden, die können das auch schon, also. Ja. Also, ich denke, das ist ja jetzt keine Hochtechnologie, das macht man ja öfters. Jo. Ja. Also, ähm, könnt ihr auf was gefasst machen? Äh, wir werden natürlich über die relevanten Sachen, äh, in zwei Wochen berichten. Wenn ihr jetzt Fragen zu allen Themen habt, die wir jetzt besprochen haben, äh, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare, pingt uns auf Twitter an. Wir haben auch Facebook, ist halt nicht so, äh, nicht so unser Metier, deswegen vernachlässigen wir das immer, aber wenn ihr uns das schreibt, dann, äh, sehen wir das auch zeitnah. Äh, äh, wie schon gesagt, wir würden uns immer wieder über iTunes-Rezensionen freuen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas bringt, aber ich denke mal, dass das halt einfach gut aussieht. So Sternebewertungen, das macht sich halt nett. Ähm. Ja, und man hat halt eine gewisse Chance, äh, ich glaub, da gibt's irgendwelche Suchalgorithmen, dass das vorgeschlagen wird und so, oder? Ja, ich glaub, also man vermutet ja, dass dieser iTunes-Algorithmus darauf basiert, wie viele Neuabonnenten man in einer gewissen Zeit hat. Ja, ich hab, ich hab wirklich von, von iTunes überhaupt keine Ahnung, weil ich, ich bin einfach... niemand hat von iTunes eine Ahnung, nicht mal die Leute, die iTunes programmieren. Ich hab noch viel weniger Ahnung davon, weil das ist einfach irgendwie keine Teilmenge von meiner Realität. Nee, das ist, äh, auch nicht, also nicht wirklich meiner. Ich schau da halt ab und zu rein, aber das ist halt, ähm, ich, äh, iTunes ist ja, ist ja auch unter den Apple-Programmen das Schlechteste. Also, ist ja wirklich, äh, iTunes und Mail, das sind immer so Leute, die werden 30 Jahre lang eingeschlossen und dürfen nichts anderes sehen und hören und denken außer iTunes. Deswegen ist das immer so ein bisschen abwegig, was da produziert wird. Okay. Ja. Ähm. Na dann. Also, ihr freut euch auf die vielen Raketenstarts, ähm, war es sehr ziemlich. wir, wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang, äh, okay, die Sonne ist schon seit längeren Zeit lang gegangen. Ja, genau. Kombitz sprach, Pickeldi zu, äh, sprach, nee, sprach, Pickeldi zu. Frederik zu Pickeldi. Genau. Und Frederik und Pickeldi gingen nach Hause. Genau. Tschüss. Hatten wir das auch im Osten? Äh, kam dann, ja klar, war der, war der Sendung mit der Maus, das war dann später. Also Pickeldi und Frederik war sowieso neu. Das kam irgendwann neu dazu zur Maus. Das war in den 90er Jahren. Ja, okay. Also dann, ciao. Ciao.